Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim Pelser Stammtisch von der Jazz Arena und von mir. Die Urschel ist erst mal wieder dabei. Und wir haben uns heute ein Thema überlegt und zwar das Thema Süchte. Das ist ja sehr vielseitig das Thema, kann ja vieles heißen. Aber wir haben uns gedacht, ja, es gibt ja vielseitige Süchte und das ist ein gutes Thema, Oma drüber zu sprechen. Gell, Jessnan? Yes. Ja, da war gerade Shalima, ihren Freund, wer das jetzt nicht sieht bei YouTube, sondern bei Spotify hört. Deswegen lachen wir. Ja, auf jeden Fall Thema Süchte. Also es gibt ja verschiedene Süchte, ob man jetzt eine Alkoholsucht nimmt, Zigaretten, Nikotinsucht, Drogensucht, jeglicher Art. Aber es gibt natürlich auch andere Süchte. Es gibt eine Fresssucht, es gibt eine Sucht, nichts zu essen, also eine Magersucht. Es gibt, keine Ahnung, eine Sucht nach Sammelleidenschaft, was wir letzte Woche hatten. Das kann es auch geben. Ja. Also ich habe das Gefühl, das wird wieder ein langer Podcast heute. Also holt euch das Popcorn und die Chips. Es geht gleich los hier. Schokoladensucht, Fleischsucht. Also Süchte sind ja total mannigfaltige Kaffeesucht, Koffeinsucht. Aber ich sage mal so, ich kann ja einfach mal anfangen. Also generell finde ich das Thema Sucht ist gar nicht so einfach abzuwiegeln, weil ich selber habe geraucht und nicht weiß, wie schwer es ist, aufhören zu rauchen. Das ist nicht so einfach, aber man kann es tatsächlich schaffen. Aber es ist natürlich, jeder Raucher kennt es, dieser Drang ständig, das Gefühl zu... Also man lebt ja irgendwo bis zur nächsten Zigarette. Kann man so sagen. Also man denkt eigentlich den ganzen Tag nur darüber nach, wann man die nächste Zigarette raucht und wo man vor allem die nächste Zigarette rauchen kann. Weil heutzutage wird es ja immer schwieriger mit dem Rauchen. Also wo kann man jetzt mal schnell rausgehen und keine Ahnung. Also es ist wirklich schlimm. Und ich kann euch sagen, wenn man aufhört, dann hat man erst mal so viel Zeit, weil man überlegt. Also das Aufhören, klar, also es ist auch körperlichen Entzug. Das ist auch nicht so easy, muss man sagen. Aber der körperliche Entzug ist vielleicht eine Woche, würde ich sagen. Aber so dieser Gedanken, also dieses Kopfkino, was man hat. So diese, wie soll ich denn sagen, diese Verknüpfungen, die man auch hat mit einer Zigarette. Also zum Beispiel war für mich so eine Verknüpfung, ich trinke einen Kaffee und mache mir eine Zigarette an. Oder viele haben ja, die trinken Alkohol und wollen rauchen. Oder zum Beispiel, ich steige ins Auto und mache eine Kippe an. Also so diese... Man hat ja so Rituale, genau. Und das ist so das, was es, glaube ich, ja, so am schwierigsten macht. Also es ist eigentlich mehr der Kopf, weil es Situationen sind, an die man sich erinnert. Situationen, die einem gefallen haben. Oder so die Zigarette nach dem Essen ist ja so ein Klassiker. Oder bei Stress erst mal eine Zigarette an. Das sind ja so die Dinge, wo man sagt, ja, das ist schwer abzulegen. Aber ich muss sagen, ist definitiv alles machbar. Ja, auch wenn es schwierig ist, aber es ist machbar. Ich sage mal so, Gott sei Dank, toi, 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 war das so meine einzigste Sucht oder schlimme Sucht. Das reicht auch, gell, für mein Leben. Aber ich finde, ich kann es schon nachempfinden, wenn jemand eine andere Art von Sucht hat, dass es nicht so einfach ist, diese Sucht abzulegen und da halt immer stark zu bleiben. Weil man kennt ja auch ganz viele Raucher, die irgendwann nach zehn Jahren oder so auch wieder angefangen haben zu rauchen, weil sie in irgendeine Stresssituation gekommen sind. Oder dass ich gesagt habe, im Suff, wie man in der Palze sagt, ah, so ätziger Rätsche geht. Aber das ist natürlich dann ziemlich, ziemlich schwierig. Ja, zum Thema Alkohol kann ich sagen, also ich trinke, glaube ich, schon drei oder vier Jahre. Jetzt, ich glaube, es wird das vierte Jahr, wo ich wirklich gar kein Alkohol mehr trinke. Also nett, dass ich jetzt Alkoholiker war, ganz im Gegenteil. Also ich habe so Gelegenheitsgenuss, sage ich mal, Alkohol getrunken, mal auf dem Weinfest eine Weinschorle oder mal auf dem Weihnachtsmarkt so eine schöne Glühwolle mit so einem Schuss, so Amaretto oder so. Oder mal eine schöne Baileys mit Kaffee oder mal ein Cocktail. Das waren so Dinge, die mochte ich. Aber ich trinke tatsächlich schon seit, also ich glaube, dieses Jahr werden es vier Jahre gar kein Alkohol mehr. Das hat aber keinen Beweggrund, wie gesagt, dass ich jetzt alkoholabhängig war, sondern es hat einfach gesundheitlichen Beweggrund. Und weil auch der Dommer nichts trinkt wegen seiner Haut. Der hat Schuppenflechte und immer, wenn er getrunken hat, hat er Schübe bekommen. Und ich habe dann einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir haben wirklich einfach gesagt, an Silvester 2020, wir trinken ab jetzt einfach nur kein Alkohol mehr. Und tatsächlich haben wir es bis jetzt gemacht. Das heißt nicht, dass ich nie wieder trinke. Aber bei mir hat es noch ein paar gesundheitliche Gründe, warum ich kein Alkohol trinke. Aber ich muss sagen, das fehlt mir jetzt gar nicht. Also ich habe nie den Gedanke, ich brauche jetzt mal Bier, ich brauche mal eine Schorle, weil ich auch dazu sagen muss, mir hat Alkohol nie geschmeckt. Also das Einzige wirklich, was man geschmeckt hat, war mal vielleicht so ein Cocktail oder so ein Baileys. Aber das hat jetzt alles so gut geschmeckt, dass ich denke, ich muss das jetzt trinken, weil ich finde, so einen alkoholfreien Cocktail, der kann noch besser schmecken wie ein alkoholischer Cocktail. Aber ich muss dazu sagen, dass die Gesellschaft mit dieser Entscheidung weniger klarkommt als man selbst. Also als erstes wird man natürlich oft so dahingestellt, so wieso bist du Alkoholiker, trockener Alkoholiker? Das ist so die erste Frage. Und die Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, verbindet Alkohol mit Spaß. Und wenn man nichts trinkt, ist man so gefühlt eine Spaßbremse. Genau. Aber ich gebe mal ab an die Shalami, weil ich glaube, die will auch was machen. Nee, 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 warte mal ganz kurz. Ich warte. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, mir kommt es, mir kommt es nicht so vor, es ist wirklich so, dass die Gesellschaft um einen Rum oder der Bekanntenkreis oder Kollegen oder sonst was gibt ja halt Sachen, Weihnachtsfeier oder Firmenfeier oder keine Ahnung, Party, Silvester, wo man halt trinkt, Weinfeste und die Leute. Also ich muss wirklich sagen, dass wir für diese Entscheidung verurteilt wurden, verurteilt werden. Und viele Leute, die früher mit uns viel gemacht haben, heute mit uns nichts mehr machen wollen, nichts mehr machen können, nicht mehr vielleicht so viel anfangen können. Alleine wegen dieser Entscheidung Alkohol, also es ist total bescheuert, aber es ist wirklich so, wobei ich schon immer ein Typ war, der gesagt hat, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Also so war es genauso bei der Joan, bei der Jessie, wir haben nie wirklich viel getrunken. Und meine Mutter trinkt auch nichts, weil sie einfach nichts verträgt. Also wir hatten da nie Probleme, aber man wird wirklich von der Gesellschaft verurteilt. So jetzt aber. Jazz Marina. Ja, ja, nee, also bei Alkohol, ich trinke jetzt nicht gar nichts. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal getrunken habe, aber keine Ahnung. Ich glaube, das letzte Mal bei meinem Arbeitskollegen auf dem Geburtstag. Das ist schon, glaube ich, schon bald zu weh. Also dieses Jahr hat er, glaube ich, gar nicht gefallen. Also das ist schon zwei Uhr her. Aber ich wüsste jetzt gar nicht. So, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht mehr. Also so wenig Alkohol trinke ich. Oder ja, wir auch. Ja, nee, ich. Upsi. Nee, ich. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal getrunken habe. Und also ich habe da auch wirklich, ich weiß auch nicht, ich hatte ja mal eine Phase, da habe ich gerne mal abends mit Freunden da was getrunken oder so, wenn man sich getroffen hat. Aber jetzt natürlich nicht übermäßig. Ich rede jetzt auch von einem Cocktail oder ein, zwei Gin Tonic oder so. Aber ich muss auch sagen, ich kenne auch Leute, weil sie mir es erzählt haben. Und Gin Tonic ist ja ziemlich bitter. Ja. Ja. Ist, finde ich, jetzt nichts, wo du jetzt sagst, trinke ich jetzt jeden Tag gern. Also weißt du, wie so ein Cocktail, sowas hochkriegt, wo man einfach abtrinken kann wie Wasser, sage ich mal so. Könnte ich jetzt nicht, ne? Auf jeden Fall. Und da weiß ich auch von Leuten, dass die das teilweise sich da jeden Abend ein, zwei Gin Tonic machen. Oder ich kann auch nicht verstehen. Ich kann es halt, das kann ich halt überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also, dass man eine Alkoholsucht hat, das verstehe ich vielleicht irgendwo noch, ja? Ja. Also diese Sucht an sich, wie du auch sagst, kann man nachvollziehen. Ich kann nur nicht jetzt bei Alkohol das so gut irgendwie, also weißt du, weil das schmeckt mir halt auch persönlich auch nicht so. Und weißt du, also das ist jetzt was, weißt du, das wäre jetzt nicht so was, da hast du am nächsten Tag Kopfweh, der Kater, bei mir bricht. Also bei mir war es schon immer so, zwei Gin Tonic am Abend gibt ein Pickel am nächsten Tag. So, weil, also ich weiß auch nicht, irgendwie meine Haut, die lässt das dann direkt immer so raus. Die hat mich dann direkt bestraft und so. Ja, und deswegen, also es ist auch gar nicht, ich weiß auch nicht, wie gesagt, nächste Tag Kopfweh, dann musst du dauernd aufs Klo rennen. Also ich weiß, weißt du, so ist das auch voll nervig. Also ich kann mich nicht reinempfinden und dann, ja, also ich bin dann da, glaube ich, eher so beim Essen, da kann ich gleich mitreden. Ja. Also auf beiden Seiten kann ich mitreden, weil ich jetzt nicht magersüchtig, aber habe da schon so meinen Tick irgendwo. Also deswegen kann ich das, glaube ich, da kann ich jetzt gleich mitsprechen über sowas. Ja, also ich sage mal, beim Alkohol gab es bei mir acht mehrere Gründe, warum ich gesagt habe, ich trinke nicht mal. Erstens mal, das klingt zwar dumm, aber es ist einfach so, im Alter, man verträgt es weniger. Ja, also wie gesagt, man bin jetzt auch noch nicht steinalt, aber das Ding ist, früher, wenn wir Party machen sind, dann habe ich, Samstag sind wir um fünf oder sechs Uhr nach Haus, dann habe ich gepennt bis um vier und dann war das alles erträglich. Heute ist es bei mir so, ich werde halt einfach um fünf oder sechs Uhr wach, ich habe so eine biologische Uhr und dann ist bei mir die Nacht vorbei und wenn man dann einen Kater hat und nur vier Stunden oder fünf Stunden gepennt, das ist eine Katastrophe. Also nicht nur Kopfweh, sondern, also es geht einem einfach richtig hundsmiserabel beschissen und das Schlimme war bei mir, das war dann auch nicht nach einem Tag vorbei, weil früher war ich dann so einen Tag auf der Couch, am besten so Kaderfrühstück, am besten so McDonalds-Menü oder so, sowas richtig Fettiges als Kaderfrühstück. Bei mir auch. Ja, aber das hat dann nicht mehr, also das war bei mir dann gefühlt, habe ich mich eine Woche richtig beschissen und gerädert gefühlt für einmal saufen. Ja, also das muss ich auch sagen, also ich bin ja doch ein paar Jahre jünger als du, aber ich habe das Gleiche. Also bei mir ist das auch so, ich, ja, wenn ich einmal trinken gehe, brauche ich drei, also ich brauche jetzt nicht eine Woche, aber gut, ich bin ja auch noch ein paar Jahre jünger, aber trotzdem, ich brauche auch drei, vier Tage, bis ich überhaupt mal wieder klar bei Schiff bin, sage ich mal so. Also es ist unfassbar, ne, weil ich habe auch, also ich war jetzt nicht zu feiern, bei mir hat das Leben irgendwie so erst später angefangen, weil ich war ja immer da tanzen, blablabla. Aber wenn ich da mal was gefeiert habe, da war ich zum Beispiel, jetzt kann ich mich noch so gut erinnern, mit meiner Ausbildung war ich mit meiner, ähm, wie nennt man das? Kollegin? Ja. Ganz kurz, ja, also gut, wir sind ja da nicht, weil wir sind keine Auszubildenden in dem Sinne, weil wir müssen ja auch unsere Ausbildung bezahlen. Ähm, genau. Ähm, mit der bin ich dann, die hatte, die hatte in der WG gewohnt und die, äh, WG-Mitglieder waren von der Popakademie, ne, hier in Mannheim. Ah, okay. Super cool, das waren dann lauter Musikstudenten. Witzig, ne, weil zum Beispiel, ich muss ganz kurz nochmal so einen Schwenk rein, ich zum Beispiel beneide sie dafür, dass sie so in der WG war, die kennt hier total viele Leute, aber ich weiß noch, bei meiner Einweihungsfeier vor fünf Jahren bald, ähm, da habe ich, da war sie auch da und hat sie zu mir gesagt, ich beneide dich so, dass du im, dass du eine eigene Wohnung hast und nicht die anderen das teilen musst und so und ich, weiß, das ist so witzig jetzt gerade, weil ich das so, ich hätte auch gern so Künstlerfreunde oder irgendwie, aber gut, ist halt so, ähm, ja, gut, aber weiter. Ähm, genau, dann waren wir da nachts, die haben dann irgendwie gefragt, weil die Kollegen, das waren so Rocker irgendwie, die hatten so Rock-Metal-bisschen was, aber scheißegal, wir können zu allem tanzen auf die Art, haben wir uns da so hinten dran gestellt, da haben wir natürlich abends auch noch gefeiert, dann bin ich am Nick, da habe ich bei ihr ein paar Stunden geschlafen, bin raus, bin arbeiten bei McDonalds, mein Nebenjob, weil ich, wie gesagt, meine Ausbildung hat Geld gekostet, meine Mutter hat dann gesagt, alles was, Haare, Make-up, etc., bitteschön, muss ich selber verdienen, ne, so, okay. Auf jeden Fall, und dann bin ich von meiner Schicht wieder, wieder, habe ich mich fertig gemacht zu ihr und dasselbe Spiel wieder und Montag sind mehr oft in, sind wir ganz normal in die Ausbildung gegangen, ne? Krass. Bei uns ist Ausbildung nicht acht Stunden arbeiten oder irgendwie Laptop oder so, ne, wie jetzt vielleicht in der Gemeinde oder so, sondern bei mir war halt acht Stunden Leistungssport. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber gut, da war ich auch erst 19, ist schon ein paar Jäscher her, jetzt könnte ich das nimmer, also jetzt, wie gesagt, drei Gläser Alkohol und ich bin fertig am nächsten, also brauche ich drei Tage, bis ich wieder klar bin. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Alkohol ist einfach die Gefahr, dass es von der Gesellschaft so als normal genommen, also es wird nicht nur normal genommen, man muss mal dazu sagen, in Deutschland ist es so, wer nicht trinkt, gilt als ungesellig, weil es gehört halt einfach zu unserer Kultur, dass man trinkt, ne? Also in der Pfalz trinkt man Woi, Woi-Scholle, in Bayern trinkt man Bier, das gehört... Ja, kann ich auch tun, ich würde sagen, egal, wenn ich sage, ich bin Pfälzer und trinke keinen Wein, weil einfach der Geruch davon ekelt mich schon an, so. Also ich bin ganz ehrlich, optisch finde ich so ein Glas Rotwein super sexy, würde ich auch gerne trinken, einfach für die Optik, sage ich euch so... Passt zum Lippestift, gell? Passt zum Lippestift, weil eigentlich mögen wir... Aber schall dir mal, Rotwein macht die Zähs. Der Dunkel, ich weiß, ja, ich weiß. Aber, ja, ich kann, ich habe auch gehört, man kann Rotwein auch mit dem Strohhalm trinken. Ganz dekadent jetzt. Ja, aber wartet mal, ich bin ja jemand, Achtung, haltet euch fest, Rotwein trinkst du ja eigentlich Zimmertemperatur. Ja. Ich habe das mal getrunken und habe dann gesagt, nee, also ich brauche das kalt, dann habe ich das kalt, also kalt schmeckt mir das zum Beispiel viel besser. Aber das muss man nicht verstehen, also ich mag zum Beispiel, wie ich da mein Obstproblem, hat man das nicht auch schon mal durchgekaut? Ja. Ja, also zum Beispiel mein Obstproblem, ich esse ja zum Beispiel kein Obst und Obst, dann habe ich mal Obst gegessen, aber ich könnte zum Beispiel kein warmes Obst essen, also das muss aus dem Kühlschrank sein, frag mich nicht, ein bisschen Klatsch so. Genau, aber so war das da auch und sexy finde ich das schon, aber es schmeckt mir einfach nicht. Und dann werde ich als immer angeguckt, wie du als Pelzer, und habe gesagt, deswegen bin ich Alimine-Pfalz, deswegen bin ich jetzt in der Stadt. Ja, stimmt. Ja, also es ist nicht mein Ding. Ja, ich muss, wie gesagt, ich meine, um Gottes Wille, jeder soll machen, wie er denkt, aber mir persönlich schmeckt es halt, also mir hat es auch noch nie geschmeckt. Ich habe halt getrunken aus Geselligkeit mit anderen und klar, man wird lustig, man wird locker, man kann mal so feiern und mal aus sich rausgehen, es hat ja schon auch mal Spaß gemacht. Aber wie gesagt, später hat halt der Kater für mich dem Spaß überwogen, deswegen war es für mich nicht mehr so und dann, wie gesagt, ist es bei mir auch gesundheitlich ein Thema. Aber ich finde halt die Gefahr einfach, dass dieser Alkohol in Deutschland so zur Kultur gehört, also zum guten Ton auch. Also das ist ja sowas, ach ja, ich trinke jetzt hier mein Savignon Blanc und was weiß ich zum Essen. Ja, das wird so normalisiert, dass man aber aus dem Auge verliert, dass es einfach super viele Alkoholiker gibt, die so ohne am Deckmantel sind, wo es halt nicht so auffällt. Weil Alkohol, wie gesagt, gehört ja irgendwie zum guten Ton und deswegen finde ich sogar die Alkoholsucht noch viel schlimmer als eine Drogensucht, weil Drogen, sage ich mal in Anführungszeichen, sind illegal. Also du kriegst sie nicht überall. Natürlich gibt es auch genug Drogensüchtige, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber Alkoholsucht ist für mich so ein legalisiertes Ding und die Frage ist halt, wo fängt Sucht an? Also wo hört Genuss auf und wo fängt Sucht an? Weil rein theoretisch, wenn ich das Bedürfnis habe, wenn ich abends heimkomme und will ein Bier trinken oder so und macht es dann auch immer, dann ist es irgendwo schon so, ich brauche es, könnte man schon als Sucht deklarieren. Wenn es bei dem Ende Bier bleibt, ist es ja schenken. Genau, dann ist es nämlich eher so eine Ritualsache. Aber wenn das Bier dann 150 Milliliter hat, dann ist es auch schon schwierig. Das war krass, ja. Das ist echt schwierig und ich muss halt sagen, ich habe... Nee, das war 1,5, oder? Echt? Ich habe keine Ahnung, aber es war krass. Es war wirklich eine große Flasche. Ja, aber das Ding ist, ich habe dasselbe Problem wie du, der Geruch geht gegen mich. Also gerade Bier ist so, so widerlich, aber nicht nur, dass das widerlich riecht, wenn jemand getrunken hat, so Alkohol-Leiche. Boah, das stinkt so dermaßen. Und ich impfste noch und da kann es mir bestimmt recht geben, wenn man so klär ist wie wir. Egal, ob man auf einem Konzert ist, auf einem Weinfest oder sonst was, wo viele Menschen sind. Die Besoffene, ja, und die Besoffene, die sind ja auch so shovel-travel, ja. Also die tut überall A-Rämpel und dann kriegt man als kleine Person die Scheiße noch über die Klamotte oder über die Schuhe. Und es ist so... Über die Klamotte bei uns, ja. Ja, also nur mal so eine Info, ich bin 1,48. Ja. Also ziemlich, ziemlich klein und ja, es ist super ekelhaft. Ich glaube, das ist auch so bei mir, also gut, bei mir hat das nochmal so was mit der Kindheit auch ein bisschen zu tun. Also mein Vater hat einmal Bier getrunken und ich fand das so ekelhaft. Ich glaube, ich habe das einmal übergekriegt. Ich meine, jedem fällt hier mal ein Glas um. Mir fällt halt, sei ich muss Wasserglas oder das Cola-Glas oder... Nee, Cola ist gar nicht so mein Ding, ich bin ja eher die Paulaner Spezi. Aber ich habe schon lange nie mehr getrunken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will es ja noch gar nicht mehr. Also zwischendrin habe ich immer so ein Döschen oder so. Aber seitdem ich da auf Zucker, nämlich so Zucker gehe, habe ich gar nicht mehr so viel. Naja, auf jeden Fall. Aber ich finde es so ekelhaft, wenn es dann, wie du sagst, über dich kommt und der Geruch von deiner nasse Klamotte nur diesem Bier. Also, wirklich. Und das Ding ist halt zum Beispiel, Thomas sagt immer, und das stimmt auch irgendwo, also egal, welche Betäubung man nachgeht, wenn jemand... Immer. Also ich meine, wenn Leute sich nur treffen, dass sie zusammen saufen, dann ertragen die sich doch gar nicht nüchtern. Weißt du, wie ich meine? Also, da hast du doch nüchtern gar keine Basis, du kannst nicht unterhalten oder nichts, deswegen musst du dann saufen oder wie, ja. Und vor allem ist es natürlich auch so eine Sache, wenn man immer sich betäuben muss, dann hat man so den Eindruck, derjenige will aus seinem Leben entfliehen und kann mit sich selber gar nichts anfangen. Und es ist eigentlich einfach nur, wie soll ich es sagen, eine Flucht vor seinem eigenen Leben, vor seinem Selbst, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ja, es ist einfach nicht normal. Also die Leute können mit sich selber nichts anfangen und die Flucht ist dann halt der Alkohol. Und das ist halt schwierig. Und das Schlimme ist aber, die Leute verurteilen dann uns, die nichts trinken, warum wir nichts trinken. Also man wird ja regelrecht dumm A gemacht. Das muss man ja halt auch mal sagen, ne? Also es ist schwierig, finde ich. Es ist echt schwierig. Ich meine, um Gottes Willen, ich habe nichts dagegen, wenn jemand Alkohol trinkt, wie gesagt. Ich will ja nicht sagen, dass ich nie wieder was trinke, ne? Ja, ja, ja. Ja gut, also mir ist das jetzt noch nicht so oft passiert, dass mich da jetzt jemand dumm angemacht, aber ich weiß, was du meinst. Du wirst halt so... Wie, du trinkst nichts. Ja, genau, man ist dann so ein bisschen ausgegrenzt. Also das Erste ist entweder, bist du schwanger? Oder, bist du Alkoholiker? Bist du aber auch noch so saudumm halt meistens, wo ich mir dann denke, oh, Alter, echt. Ich meine, gut, ich muss halt auch dazusagen. Oder dann sagen sie immer, stell dich doch nicht so an. Ja, genau, einer geht doch. Hier, stell dich doch nicht so an, wenn ich doch nichts nicht will. Also ich meine... Einer kann dich trinken. Einer macht... Genau, Einer ist keine. Ja, genau, Einer kann dich trinken. Ja, wie gesagt... Ich glaube, ich habe auch schon so Sachen zu dir gesagt, Fria. Ja, mit Sicherheit. Ich muss jetzt leider das auch so vorne machen, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Aber zum Beispiel, wenn du... Also ich sage mal so, ich habe noch nie jemanden gefragt, ob er Alkoholiker ist. Und ich habe auch noch nie jemanden gefragt, ob er schwanger ist oder ob er irgendwie andere Probleme hat. Ich habe vielleicht schon immer gesagt in meinem Suf, ach komm, Einer kann dich trinken, das bestimmt auch, ja. Ist ja nichts Schlimmes, du verwerflichst dabei. Nee. Also ich habe auch wirklich nichts gegen Alkohol. Von mir aus kann jeder trinken, wie er will. Aber ich finde, es sollte halt auch der Respekt da sein, wenn jemand halt nichts trinkt. Und dieses ausgegrenzt werden, okay. Ich meine, das ist dann für mich auch okay, weil dann sind es einfach nicht die richtigen Leute. Aber es ist schwierig und bei uns, finde ich, kommt halt auch dazu, es hat halt irgendwann auch niemals zu unserem Lifestyle gepasst. Weil auf der Ende Seite guckst du drauf, dass man wirklich, ich will jetzt nicht sagen Clean Eating macht, aber halt, dass man einfach guckt, was isst man, was ist wo drin, was man isst, ja. Supplementiert einen Haufen und alles Mögliche. Also das Thema Gesundheit großgeschrieben. Auf der anderen Seite trinke ich dann mal Bier und stecke die Kippe oder wie, ne. Passt halt irgendwie nicht. Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt noch schlimmer, dass es halt oft so verharmlost wird, ne. Ich meine, und gerade die, die trinken, gehen ja dann auch oftmals auf die, die sage ich mal, die gerne mal einer rauchen, ne, hoflos, ja. So dieses, ah, die Kiffer und dies und das. Ich meine, um Gottes Wille halte ich jetzt auch nicht unbedingt was davon. Aber ich sage mal so, die Menschen zumindest sind friedlich und nicht aggressiv. Weil das Schlimme ist ja noch, wenn die Leute trinken und werden dann aggressiv. Also das ist dann für mich ganz no-go. Nicht raus. Ja, und ich denke mir halt immer, also beides ist aus dem Pflänzchen. Ja. Beides ist aus dem Pflänzchen von der Mutter Natur. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Ne, also Spaß beiseite. Aber ich denke mir halt immer, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ist Alkohol für den Kopf und so, fürs Gehirn. Viel, viel, viel schlimmer, wie wenn sich jetzt jemand hier so ein Joint dreht oder so. Und es ist beides, um Gottes Wille, Betäubungsmittel brauchen wir nicht drüber reden und so. Ähm, in manchen Situationen kannst du ja auch dann heilen, ne? Wenn jetzt einer Epilepsie hat, der braucht sowas, die Zuckerei und so, weil da muss ich ja den Körper ein bisschen, will ich gar nicht drüber diskutieren und so. Ich finde es, wie du sagst, nur so schade, dass die einen in die Endschublade gesteckt werden und die anderen, die anderen sind die Heiligen, weil es ist ja nur ein bisschen Alkohol. Ja, gut, aber ich meine, ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Dass mir jetzt gegen so ganz harte Droge vorgeht und so, um Gottes Willen, ne? Weil ich will gar keine Droge, aber in dem Moment Alkohol ist nur irgendwann einmal legalisiert worden, aber es ist trotzdem genauso Droge. Ja, ich muss sagen, ich persönlich finde es halt krank. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es krank. Ich meine, wie gesagt, ich bin selber mittlerweile Nichtraucher. Ich bin ja auch froh dort rum, ich muss es auch nicht riechen und so, aber mich stört es auch nicht. So dieses Übertriebene, wenn die Leute dann machen, ne? Oder so, ach nee, und hier darf man nicht und, ey. Also ich finde, wenn einer fotzt, finde ich Schlimme. Ja. Vor allem, man hat schon immer, ja. Ich fasse dir wieder an. Ich sage mal so, in einem geschlossenen Raum, wo geraucht wird, das mag ich jetzt auch nicht. Weil das mochte ich aber auch als Raucher nicht. Ich mochte auch als Raucher nicht, dass mein Hoher und meine Klamotten danach raucht. Ich habe auch nie in der Wohnung geraucht, also, ne? Immer nur am Freie. Aber, wenn jemand schon im Freie ist, also, ich erlebe das wirklich. Also, ich meine, man sieht es jo, am Bahnhof darf nur noch in verschiedene Zone geraucht werden. Das ist doch ein Bullshit, du. Ah ja, genau, am Flughafen genauso. Ja, weißt du, also, sorry, wenn du Windstoß ziehst, zieht es auch in der U in den Nichtraucherbereich. Also, was ist denn das für ein Scheiß? Total gestört, ja. Ach ja, also, wie blöd sind wir dann? Ich meine, wenn man es so sieht, ich meine, klar, natürlich, Rauche ist Gesundheit und Lunge. Und ich weiß nicht, was Rauche alles ist, ja? Und im Gottes Wille, ich will das auch nicht verherrlichen. Und ich muss wirklich sagen, ich wäre froh, ich hätte nie angefangen. Erstens, Mo, wenn ich mir auch diese Zigarettepreise angucke, heutzutage, bin ich heilfroh, dass ich nie mehr rauche, ne? Wäre auch froh, ich hätte es nie gemacht. Weil das ist einfach eine Sucht. Und du bist einfach so davon gedanklich abhängig. Und auch wenn du möchtest, viele Leute schaffen es einfach nicht, aufzuhören, weil es echt nicht so einfach ist, ja? Oh! Aladin! Warte mal. Aber. Warte, Jenny, warte. Ja. Der hat das ganze Equipment umgeschmissen, sag ich das. Equipment. Mensch, Herr, der macht mit dem Zoom-Call. Zeig dich mal. Aladin! Die Shalima hat eine British Shorthair-Katze, die hier jetzt gerade rummarschiert. Ja. Der hat einmal das Equipment abgerasiert hier. So, Aladin-Companie. Ja, also auf jeden Fall, ich finde, wenn jemand raucht, dann raucht er und dann lasst die Leute rauchen. Dieses ganze Palabra geht mir achtierisch auf den Sack, ja? Dass man da immer so das so verurteilen muss und beurteilen. Wir leben in einem freien Land, ja? Sollte man meinen. Und ich finde, jeder kann machen, also jeder leben und leben lassen. Solange dich niemand zwingt zu rauchen, solange dich niemand in ein Zimmer steckt und dich zuqualmt, dann lass doch die Leid rare. Aber dieses Übertriebene, das geht mir tierisch auf den Wecker, ey. Ich bin in der Rauche, also ich meine, meine Mutter hat geraucht, mein Vater hat früher geraucht, ich war Kind und da war das normal. Ich erinnere mich an Zeiten, meine Oma, mein Opa haben nie geraucht. Aber wenn wir Geburtstage hatten oder Gäste, die geraucht haben, wurde Aschebecher hingestellt. Ganz normal, ja? Und wurde geraucht, ja. Ja, also obwohl du Nichtraucher warst, in deinem Haus wurde dann geraucht, ne? Ob das immer gut war, sei dahingestellt. Aber das heute so zu übertreiben, finde ich halt, ach, bescheuert. Ähm, ja. Ganz ehrlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich sage mal so, und dann finde ich das auch irgendwo, es ist diskriminierend. Ich meine, sorry, also brauchen wir jetzt mit nichts auffangen. Ich will jetzt hier keine Debatte oder so, aber es ist diskriminierend. Also auf der einen Seite soll ich den, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also der Weiße darf ich nämlich Weiß nennen, so auf die Art. Ja. Ja, der Raucher soll sich dann in der abgegrenzte Bereich stellen. Also sorry, ich bin mir noch ganz sauber. Ja, total. Also mir geht es nicht nur darum, dass das andere jetzt höher gestellt ist. Mir geht es nur darum, es müssen alle gleichgestellt sein. Ja, eben. Wenn wir sagen, über das eine wird nicht mit diskutiert und die sind jetzt so und alles ist jetzt so, wie es ist. Ja, dann ist aber auch Rache und alles andere so, wie es ist. Sorry. Also das sehe ich genauso total. Also das wäre so schwierig. Also echt beknackt, ja. Wirklich. Ja. Also, ja, finde ich, das sehe ich genauso. Und das Ding ist halt, um Gottes Wille, also Drogessucht ist was Schlimmes, meiner Meinung nach. Aber wenn ich was unterbinden möchte, wirklich vehement unterbinden möchte, dann muss ich ein Thema priorisieren und dann kriege ich es wahrscheinlich auch irgendwie hin. Weil, man muss sich mal überlegen, gerade die Raucher als Beispiel, die werden ja so diskriminiert, wie du sagst, ja, dass es ja wirklich immer weniger werden, weil es echt ungemütlich ist, Raucher zu sein, sage ich mal. Aber zum Beispiel das Thema Drogen, man redet zwar drüber, aber ich nehme das nicht so wahr, dass du richtig viel dagegen gemacht wirst. Also ich meine, um Gottes Wille, wie gesagt, also jeder muss wissen, was er macht. Ich finde es persönlich nicht gut. Gut, man kann jetzt diskutieren, was ist mit Natur. Also Chemie geht für mich sowieso gar nicht. Natur, wie du sagst, also es ist ja nachgewiesen, dass, wie heißt es, CPD, was da drin ist? Nee, THC. Nee, dieses CPD ist doch das, was wirklich, ach so, gegen Krankheit, ich glaube, es heißt so. Es gibt auch so Shops, so ganz viele jetzt, wo du das holen kannst für Rückgeschmerzen. Ja, also eigentlich CBD, das ist CB mit B. Ah, CB, okay. Ja, CBD, aber, also ich weiß nicht, das ist, so was ich jetzt gehört habe, ist das eigentlich nur, das beruhigt die Nerven. Okay. Also kannst du auch Kipp rachen, sorry. Okay, keine Ahnung, auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht, darüber kann ich nicht sprechen, das CBD. Ich weiß es auch nicht, ich habe wirklich nichts probiert davon, ich habe nur gehört, aus der Weite, dass das vielleicht ganz gut sein soll. Genau, weil da ist ja kein THC drin und das THC ist ja das, was dich high macht, also du kannst ja nur nervlich beruhigen. Also ich weiß jetzt nicht. Ja, stimmt. Ja, aber ich weiß, was du meinst, CBD-Öl, also zum Beispiel, es gibt da CBD für Katze und CBD für Menschen und so und das ist dann so Trops, Deutschland und so, das ist eigentlich wie, wie heißt das, Balthrian. Ah, okay. Das ist dann so ähnlich, nur dann halt aus dem... Ja, ja, genau, also die... Die goldene Karte. Ja. Ja, aber die war wirklich Gold bei dem und da stand halt drauf, dass er das, was weiß ich, da stand auch drauf, 10 Gramm da bei sich haben, es ist Metropie nicht. Der kriegt das auch aus der Apotheke und so, also... Kenn ich auch, ja. Ja, also ich meine, wie gesagt, das muss jeder für sich wissen, die Gefahr, die ich dabei sehe, ist, bei Leuten, die ich kenne, die das dauerhaft konsumieren, ist einfach, dass denen alles egal ist, weil sie permanent nur betäubt sind, ja, also ich meine, gut, das kann bei Alkohol genauso sein, aber man ist halt so permanent in der Betäubung, sodass man halt einfach Bock auf gar nichts mehr hat, das ist das, was ich so wahrnehme, was ich so gesehen habe, das finde ich halt die Gefahr da dran, wenn man es verharmlost und wenn man es übertreibt. Aber ich meine, gut, wenn man das halt mit Maß und Ziel macht, muss das jeder für sich wissen, ne, also um Gottes Wille. Also ich kenne mich da auch gar nicht aus, weil den, den ich kannte, ne, natürlich war das einer, der hat Epilepsie gehabt, so, aber das ist ja dann auch die, ich sage es jetzt so, wie es ist, das hat er mir auch so ein bisschen gesagt, ne, der hat damals zu mir gesagt, also, ja, ich kenne ihn von der Arbeit und er hat halt zu mir gemeint, du, ich brauche das schon für die Krankheit. Aber ein Teil, weil die kriegen ja mehr, ne, also, was weiß ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich, nach dem neuen Gesetz ist es ja so, dass 20 Gramm pro Person im Monat erlaubt sind. So, also das Neue, was da jetzt kommen soll, oder, ich weiß, ist es jetzt, ich kenne es nicht, ich habe nicht gehört, nur, also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon durch ist oder nicht, aber ich habe mal gehört, im Fernsehen hat der doch irgendwie gesagt, drei Pflanze pro Person. Okay. Und, die du selber hast, oder wenn du kaufst, 20 Gramm, darfst du dir Kaffee so auf die Art, so, auf jeden Fall, ich denke mir dann halt, also, weißt du, das ist ja auch schon wieder so Widerspruch in sich selber, also, wenn ich Kaffee gehe, kriege ich 20 Gramm, kann ich dann mal ausgerechnet, was drei Pflanzen sind. Also, ich, ich weiß, ich weiß, dass die, glaube ich, 1,80 oder 2 Meter hoch werden, und wenn du Glück hast, hast du du aus Ähnere, ich lass mich jetzt nicht lieh, 150 Gramm. Echt? 200 Gramm, also, will du das nicht mehr? Ja, krass. Verliehst du jetzt, bin ich blöd? Ich weiß es nicht. Naja, doch, weil 2 Meter rechnen doch mal die Blätter, die dann wachsen. Ja, kann sein. Kann sein, also 100 auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so. Gehst du schon wieder nicht mehr auf? Ja. Ich sag mal so. Und wenn du nur, sorry, wenn du nur 50 Gramm aus jedem Plänzee kriegst, drei Deftes hier habe, dann bist du schon bei 150. Ja, das stimmt. Wieder Wisch, also, entweder da gibt es wieder Widersprechung in sich selber, und das finde ich halt so. Ja, ich meine, ich habe da dazu meine persönliche Meinung, also, jetzt, ich habe gar nichts so dagegen, aber das Ding ist halt, ich finde, diese Dinge, diese Gesetze kommen zum falschen Zeitpunkt, weil, für mein Empfinden, da haben wir in Deutschland gerade ganz andere Probleme, wie das Thema, ob ich jetzt legal kiffen darf oder nicht, oder wie das Thema, ob jetzt einer R.C.E.s heißt, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich sag mal so, ganz ehrlich, die Personen, die einer Kiffe wollen, die machen schon die ganze Zeit. Machen sowieso. Ach, ohne legal. Ja, genau. Und dann, der Witz ist, es wird sich ja gar nichts ändern, weil ich darf hier trotzdem nicht auf den Strohs rumlafen mit dem Kiffi in der Hand. Nee. Also, ich finde, es ist so... Also, zumindest ist es so in Amsterdam, du darfst hier nicht mit dem Kiffi rumlafen. Nee? Ich weiß gar nicht. Hat doch die Friedlinde mal gesagt, die lebt doch in Amsterdam. Ja, stimmt. Die hat doch gesagt, nee, nur in dem Coffeeshop oder der Läm oder dann, ach, glaube ich, in so Stelle. Ja, stimmt. Stelle weiß. Ja, ja, stimmt. Ja, also, wie gesagt, ich meine, um Gottes Wille kann man, für mich alles, mir ist es ehrlich gesagt, egal, muss jeder für sich wissen. Jeder macht, was er will. Aber ich finde halt, diese Gesetze oder diese Themen, über die zum Teil gesprochen wird, wir haben andere Themen gerade in Deutschland, wie dieser Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Also, deswegen, ich weiß es nicht. Aber, man sagt ja immer, körperlich abhängig davon kann man nicht werden, das glaube ich auch. Aber es ist halt auch wieder die Kopfsache, ne? Weil, ich meine, beim Nikotin, wie gesagt, das ist halt auch eher die Kopfsache, die halt schlimm ist, wie jetzt, sage ich mal, das Körperliche, ne? Aber was ich noch viel schlimmer finde, und das hast du vorhin angesprochen, ist das Thema Zuckersucht, ja? Weil, also, das ist ein Thema, das wird ja nie angesprochen, gefühlt, ne? Also, das wird ja so komplett... Gibt's ja auch in Deutschland. Gibt's nicht. Kann ich sogar aus der wahren Story was erzählen. Ja, das ist so komplett unterm Teppich, das Thema Zucker. Aber, wenn man sich mal mit dem Thema Zucker beschäftigt, wo das überall drin ist, und ich kann ganz kurz erzählen, wie ich dazu komme, und zwar, wie die Schalli mal schon gesagt hat, Dommer trinkt Achmo gern, Paulana Spezi, oder halt Fanda, oder keine Ahnung, so, eigentlich sind so die Sachen. Und ich persönlich, also, ich trinke halt das wirklich, ich trinke es halt nicht gern, und ich trinke das schon jahrelang nicht. Ich habe mir halt wirklich vor 18 Jahren antrainiert, wirklich Wasser zu trinken und Tee, also ich trinke gar keine süßen Getränke, außer jetzt wirklich, wir gehen jetzt mal raus, ach, und ich trinke mal einen alkoholfreien Cocktail, oder ich trinke mal gerne Ginger Ale, das sind so Sachen, die ich mal trinke, ne? Aber, der Dommer ist so, wenn er zum Beispiel, ja, wenn man jetzt Cheat Day hat, oder keine Ahnung, in Urlaub ist, ja, ist er halt, er ist halt jemand, der geht ins Restaurant und bestellt auf jeden Fall eine Spezi oder eine Cola. Und ich bin jemand, ich bestelle mein Wasser, ne? Aber nicht, weil ich jetzt denke, ich bin so cool, oder das ist so gesund, sondern weil mir das halt schmeckt einfach, ne? Und er ist halt jemand, der hat halt immer sein Süßgetränk. Auf jeden Fall hat er dann so eine Phase, da hat er dann immer, weil wir haben sowas wirklich nicht daheim, und dann hat er aber immer... Und man muss sagen, für dich sind so Süßgetränke leere Kalorien, du isst halt lieber. Ich esse lieber, genau. Genau. Ich sag dann lieber... Ist halt für dich unnötig, ja, und es ist ja auch logisch, ist ja auch verständlich. Ich esse lieber was, Schokolade oder so, ne? Ja, aber überleg dir mal, was du das Cola hat, du kannst schon halt dafür Schokolade fressen. Ja, genau. Sag mal, es muss so, wie es ist wieder. Und so ist es. Aber auf jeden Fall, der Dommer hat sich dann so angewöhnt gehabt, so zeitlang, als wenn er einkaufen war, so Döschen Paulaner Spezi mitzubringen, Döschen Pfander, Döschen... Und schleicht sich euch, gell? Ja, immer mal so Döschen im Kühlschrank. Und dann obens, wenn er dann vorm Fernseher war oder vorm Computer, holt er mal sein Döschen raus. Und ich schlafe dann drauf vorbei, und dann denke ich, ach, probier's schon mal, ne? Ah, mal so Schlückchen, ja? So, und dann, das ging dann ungefähr so, keine Ahnung, vielleicht, sagen wir mal acht Wochen so, ne? Und irgendwann sitz ich auf der Couch, wo das gar nicht mag, ne? Und denke so, oh, so eiskalt die Pfander wär jetzt schon geil. Da hab ich gedacht, hallo? Geht's da jetzt noch ganz gut, ne? Dann hab ich schon da mal gesagt, ey, das Dös ist nicht normal, ja? Also, das macht süchtig, hab ich gesagt, weil ich mag das wirklich gar nicht, also mir schmeckt das eigentlich nicht. Aber jetzt, weil ich dauernd bei dir nur Dös genippt hab und Dös genippt hab, hab ich jetzt das Gefühl, ich will ein Fanda trinken, das ist doch nicht normal. Dasselbe hab ich aber auch, weil zum Beispiel bei uns auf der Arbeit gibt's dieses Fanda in, glaub ich, 0,5er Flasche. Ja. Fanda, Cola und Spezi gibt's bei uns und Cola, Siro oder so, ja doch, Siro, das Schwarze, genau. Und ich muss euch sagen, also ich bin, ah, entweder trinke ich Wasser oder ich bin halt jemand, also, oder Kaffee, ne? Ich trinke auch viel Kaffee am Tag, weil ich so die ganze Zeit in Action bin. Deswegen bin ich ja, glaub ich, allzu durch. Ich misse wahrscheinlich nur zu viel Kaffee, wenn ich ja trinke am Tag, aber gut. Egal, auf jeden Fall. Und dann, ähm, sag ich das so, wie's ist, dieses Fanda, das verleitet mich. Also, ich trinke dann, wie gesagt, Wasser oder was ich hab, ich trinke als manchmal, oder ab und zu trinke ich halt, ah, du, mein, 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 ähm, so Sirup, was ich da hab. Süßstoff, aber ich muss sagen, mich persönlich macht das gar nicht so abhängig, sag ich jetzt mal. Okay, gut. Ich trinke es ja mit Maß und Ziel, alles gut, ne? Ich weiß schon, dass Süßstoff schlecht ist, so, auf jeden Fall, so, auf jeden Fall, ich sag's euch, wie's ist, dann hab ich so letztens ab und zu, das ist aber nur, weil ich da vorbeilaf, dann denk ich so, und die anderen drumherum, die trinken halt Apelschorle, ne, was man halt doof denkt. So, und dann denk ich halt, also, ah ja, also so, Fanda. Aber ich muss halt dazu sagen, ich kann das nicht auf Elmo trinken, ich sag dann immer zu meiner Chefin, oder zu der, wo du ein bisschen Standort leitest, so, sag ich immer, gell, die halbe Flasche da im Kühlschrank ist meine, ich trinke die Moje fertig. Also, weil ich kann, dass man sich sieht, aber ich hab dann, ah, wie du sagst, richtig gelöstet und es kommt bestimmt so, zwei, dreimal im Monat vor, oder so, wo ich da, wenn ich da bin, mir da Flasche nehm. Aber ich sag mal so, das Flasche, zwei, drei Monate. Ich verbiete mir's dann aber auch nicht. Nee, das sei dir ja auch gegönnt, ja. Aber die Gefahr ist ja wirklich, dass... Jemand dann wieder abhängig tut. Ja, nee, aber du musst mir sagen, es gibt Kinder, die trinken kein Wasser. Und ich muss dir ehrlich sein, ich war auch so Kind. Ich hab kein Wasser getrunken. Ich war, also, ich saß euch so, wie es ist, bis vor zehn Jahren hab ich Cola wie Wasser getrunken. Ja, äh, egal was, es musste aber immer was Süßes sein, so Cola, also ich hab nie normales Wasser getrunken. Dann hab ich irgendwann auch angefangen, das alles so umzustellen und von jetzt auf klein, meine ganze Haut, alles an mir hat sich total verändert, ja. Ja. Ähm, gut, ich hab's dann über Trippe, also ich hab dann, ich hab mich dann sogar gezwungen, das war schon ein bisschen krank, aber ich war nur an meinem Diätding drin, ich hab mich gezwungen, ich darf erste Cola Light trinken, aber auch nur Light, wenn ich meine drei Liter Wasser am Tag getrunken hab. Ja, drei Liter auf dem 1,48 Meter, ich saß euch, plus dann zwei Kaffee, musst du ja noch on top, ein bisschen Wasser, ja, und dann noch die Cola Light, ich saß euch, zwischendrin stand ich als Soto, wo ich dann gemerkt hab, ach du lieber Gott, mir wird's ganz anders, aber weil ich halt schon meins, also bis zwölf Uhr hatte ich manchmal schon zwei Liter Intus. Oh Gott. Weil ich das voll gepumpt hab, weil mir haben dann Dr. Abbott so Challenges auch gemacht, dass wir uns, wiss ich, wir haben so gegenseitig gepusht, dass wir unser Wasser voll gekriegt. Ja. Bei einer Seite war das ja ein guter Gedanke, aber nicht mit so viel, weil ich hab dann immer voll die Gelüste gehabt, so salzige Sache zu essen, aber klar, ich hab halt meine Elektrolyte mit rausgeschleudert, wiss ich, das ist zu viel. Ja, aber wie gesagt, also ich kann's euch nur sagen, also das verändert wirklich den Mensch, also Fanda will jetzt nicht unbedingt, obwohl Zucker ist Zucker, aber dann in Kombination des Cola mit diesem Koffein, denke ich noch, in Kombi, ist halt wirklich sowas, wo ich wirklich auch ehrlich dazu sagen kann, es verändert dich einfach. Ja, in deine Gedanken, ich merke das auch, wenn ich da mal wieder Zeit lang, ich mein, wir wissen, wir sind Frauen, ich hab da ja auch als Mann, ihr wisst ja, einmal im Monat, ach, mein Momentchen, wie sag ich immer, mein Dusche. Ja. Und da hab ich auch so richtig, wo ich dann total Lust auf Süß hab und dann wieder salzig und dann will ich eine Cola und dann will ich eine Spezies und dann will ich so halt, klar. Aber wenn man da nicht aufpasst und nicht wirklich so sagt, okay, ich trinke jetzt ein Glas und dann ist es gut oder so, oder ich trinke von mir aus eher Flasch, dann ist es gut wieder. Aber du, das verleidet richtig und ich finde, das macht dich negativ. Also ich kann's nur von mir sagen, es macht dich sehr negativ. Du bist müde, du hast Sodbrenne, ich bin manchmal schon morgens wachgeworden, hatte schon Mare-Schmerze, was ja logisch ist. Also so Sodbrenne halt, ich mein, gut, ich war immer jemand, wo nicht gerne die Schulgang ist, das hat auch ein bisschen du damit zu tun gehabt, ich wär halt lieber Schafengang, schon immer. Okay. Wo wir grad vom Schafen reden. Ich kann jetzt nicht. Mhm. Mhm. Als Kind wolltest du Schafe gehen. Ja, schon immer. Ich wollte schon immer, ja gut, aber ich bin ja großgewoche in einer Familie, also gut, am Auffang haben die auch noch ihr Erbet jeder gehabt und dann war man ja selbstständig. Ich kenn halt nix anderes wie immer auf Achse und Schafengang. Das ist halt mein Ding. Und für mich war das immer, ich hab Schule gehasst, ich hab das nicht verstanden, was das für eine Scheiße du ist. Also ich bin schon für was es ist, ist mir schon klar, ne, heute da schon, aber ich mein halt nur so, das war halt für mich eine ganz schlimme Zeit, diese Schulzeit. Aber gut, wie gesagt, ich hatte schlecht die Haut, schlecht gestofe. Also was ich krass finde ist, also man muss sagen, also ich bin mit Cola Light großgebrochen, weil ich bin halt ein Kind der 80er und mit 90er kam halt so das ganze Thema mit Süßstoff. Spann im Fahrstuhl, gell? Ja, ja, das ganze Süßstoff-Thema. Dann ist ihm noch der Wassertrop und Knögel auf, ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Meine Oma und mein Opa, die waren schon immer gesundheitsbewusst und bei uns gab es dann halt einfach nur noch Cola Light. War halt so. Und ich bin dort damit groß geworden und muss sagen, wenn ich wirklich mal was trinke, trinke ich Cola Light. Weil ich weiß auch, dass Süßstoff total schlecht ist, würde es heute auch nie fördern und trinke auch Käs-Süßstoff, außer vielleicht wirklich nur Cola Zero oder Cola Light. Weil aber ich vom normalen Cola wirklich Bauchschmerzen kriege. Ich weiß nicht, warum, ich vertrage es einfach nicht. Mein Körper ist es vielleicht nicht gewohnt, ne. Aber ich muss sagen... Aber viel Zucker vielleicht, deswegen. Kann auch sein. Ja, schlimmer, glaube ich, wie Pfanda, oder? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe bis heute 35 Waffel Zucker in eine Cola. Ja, 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 stimmt. Aber was ich wirklich sagen muss, was richtig klingt, krank ist, wie gesagt, bei uns im Haus gibt es wirklich nur Wasser. Also stilles Wasser, Sprudelwasser, Aloe natürlich, egal welche Sorte, ob Mango, Berry und so weiter. Und es gibt Tee, ja. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ein Geburtstag oder irgendeine Feier bei uns ist, bei uns gibt es halt einfach nichts anderes wie das. Außer, ich muss sagen, der Dommer, der hat so ein Marask Amarena Kirsch Sirup. Den hat der aus Kroatien. Das ist für ihn Kindheitserinnerung. Und von der Flasche haben wir immer Do. Also wenn wirklich jemand was Süßes will, kann er von dem Sirup trinken. Aber ansonsten haben wir eigentlich nichts. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist bei uns halt wirklich schon seit sieben Jahren so, weil ich halt einfach gesagt habe, es war immer so, es war ein Geburtstag, dann habe ich das Zeug Ei gekauft. Also ich habe dann Sechserträger gekauft, Cola, Wiese, Kuckuck was. Und am Ende ist mir das Zeug im Keller abgelaufen, weil es einfach vergessen wurde, keiner getrunken hat, weil wir es eigentlich nicht trinken. Und dann habe ich das weggeschmissen. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Das muss aufhören. Ich kann nicht nur zwei Flaschen Cola kaufen, weil vielleicht will dann jeder Cola trinken und dann hat es nur zwei Flaschen. Also habe ich dann gar kein Lieber Do oder ich habe zu viel. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Die Leute, die da herkommen, sollen das trinken, was wir haben. Und ich meine, wir haben auch immer Weih Do, also im Gotteswille. Ja, wir haben immer Weih. Also jeder kann nach einer Schorle trinken oder so, ist gar kein Thema, ja. Aber das mache ich halt nicht. Und ich muss dir sagen, Leute haben damit echt ein Problem. Also es gibt Leute, die kommen und bringen ihre Cola mit, Schalima. Das ist echt krank. Die können nicht drei, vier Stunden ohne, also ich meine, die sind ja nicht den ganzen Tag bei uns. Die sind vielleicht drei, vier Stunden doof und die können nicht ohne süßes Getränk. Das ist krank. Das ist echt krank. Und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, das ist es, Sucht. Weil ganz ehrlich. Hatte ich aber auch, ich weiß noch, wenn ich als bei dir war, dann habe ich ja gesagt, kann ich mal mal ein Fett geben. Ja, aber das ist verrückt. Ja, ich habe das ja immer noch. Ja, genau, Fett haben wir auch, ne? Ja, also ich habe das auch manchmal immer noch. So ein Energy Drink. Das ist aber in meinem Kopf zum Beispiel, bei mir ist es auch, das ist halt bei mir so, weil zum Beispiel, wenn ich bei dir bin, essen wir ja meistens. Ja. Ja. So, auf jeden Fall. Und für mich ist dann halt immer entweder so, nur im Essen oder während dem Essen trinke ich halt wirklich gern was Süßes. Aber ich meine, gut, ich bin jetzt nicht so, ich weiß ja, dass du Fett durchst und trinke ich halt Fett. Ah, oh, kann schon. Ja, jetzt setzt du dir, ich will aber jetzt so Fanda haben, weißt du. Also ist mir scheißegal. Mir geht es einfach nur darum, dass ich was Süßes habe. Ich trinke ja wohl Alor-Blossom-Tee mit Peach oder so. Ja. Das ist ja wie ein Eistee dann für mich. Also, nur ich, weil, wie gesagt, ich trinke das halt gern zum Essen so. Oder du no. Ja, aber das ist halt, das ist halt wirklich was, wo ich sage, okay, also wenn man wirklich darüber nachdenkt, dann ist es noch eine schlimmere Sucht wie alles andere, weil das ist so eine noch unterschwelligere Sucht, dass man so Süßgetränke braucht. Und wirklich, wenn man mal überlegt. Wie du sagst, ja, diese Süßgetränke, sagst du ja auch immer, es ist ja, du kannst wirklich ein Liter Cola trinken, aber du könntest nicht so viel Schokolade essen, wie jetzt in der Cola ist, weil so viel kriegst du gar nicht runter, weißt du? Also das ist schon verrückt. Aber nichtsdestotrotz, Zucker ist generell schwierig. Und ich muss halt echt sagen, wir machen ja immer im Monat unsere Leber-Schräg-Körperreinigung. Und ich muss wirklich sagen, bei unserer Jetzt-Challenge, also wo wir jetzt zum Neujahr gestartet haben, habe ich ja das Klinon gemacht, Dismo. Und klar, Weihnachten war lang, also die Vorweihnachtszeit mit Weihnachtsmärkten und so weiter. Und ich muss sagen, ey, ich habe in den ersten zwei Tagen diesen Zuckerentzug so krass gemerkt, ich kann euch das nicht sagen. Also richtig mit, sag ich mal, Kopfschmerzen dann und mir ist es nicht gut. Und es kommt halt tatsächlich von zu viel Zuckerkonsum und wirklich so dieser Zuckerentzug plötzlich. Da wird einem erst mal wieder so richtig bewusst, wie viel Schrott man gegessen hat. Und das Schlimme ist, wenn man wirklich versucht, also wenn man wirklich zuckerfrei essen möchte. Sehr, sehr schwierig. Ja, wo überall Zucker drin ist. Egal ob Fleisch, ob Brot, egal wo, es ist wirklich überall Zucker drin. Weil wir da ja letztens drüber gesprochen haben, wir hatten ja auch unseren Podcast schon mit Trash-TV. Da hat aber ProSieben, war das, glaube ich mal, was richtig Geiles gebracht, was ich dir erzählt habe, weißt du, mit dem hier der Zuckerreport. Ja. Also das ist unfassbar. Also kann man sich bestimmt online nochmal angucken. Muss man sich mal angucken. Das ist wirklich krass. Und da dachte ich, krass, dass die das zeigen. Weil eigentlich ist das ja, ne? Also weil der hat wirklich Sachen aufgedeckt, dass zum Beispiel die, was weiß ich, mit WHO, wie viel Gramm erlaubt sind und so. Und dass selbst das teilweise einfach schon zu viel ist. Ja. Ja. Und überhaupt, wie gesagt, die haben dann auch so das Extreme gemacht. Der eine durfte gar keinen Zucker essen, der andere hat nur noch Zucker gegessen. Und denen ging es beide super dreckig. Aber gut, der eine war halt so ein bisschen mollischer sowieso. Es war halt so ein Schlemmer. Und der Anna, der hat gesagt, wenn ich noch L Gramm Zucker esse, muss kotze ich im Strahl. Glaube ich. Ja. Also ich kenne das auch. Also bei mir ist es ja so, also zum Beispiel, deswegen kann ich da auch mit, vielleicht so ein bisschen mitsprechen. Ich kenne einige, die magersüchtig sind. Ich habe selber auch solche Komplexe. Ich bin nett magersüchtig. Aber immer bei mir mit Vorsicht, sage ich mal. Ich glaube, also bei mir ist es immer so, mit einem kleinen Zeh stehe ich schon so drin im Kopf. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich muss mal bei mir schon vorsichtig sein, was man sagt. Oder was halt, nee, was man sagt jetzt eigentlich nicht. Aber es ist bei mir immer so ein bisschen, aber auf der anderen Seite esse ich halt auch total gern. Also da denke ich mir manchmal, ich bin einfach schizophren. Ich bin nicht schizophren, aber in der Hinsicht irgendwie schon, weil ich mir halt denke, auf der einen Seite, ich liebe so zu essen. Und auf der anderen Seite habe ich auch diesen Drang, dieses Dünnsein, was bei mir durch dieses Tanzen schon mein Leben lang so eingepflanzt worden ist. Und ich weiß noch, da kann ich mich so gut daran erinnern, das habe ich dir mal erzählt, wo meine Kinderärzt sind. Das habe ich aber auch erst mal im Alter so rausgefunden, wieso das eigentlich so bei mir ist. Und ich weiß noch so gut wie heute, ich sehe noch das Bild, wie ich da gehockt habe. Und meine Kinderärztin hat mich ja in den Wäschern mal gewogen und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, koch die Oma zu gut, gell, mit Nudeln und Soße. Das darfst du aber nicht mehr essen, weil du bist, oder du musst das jetzt mal reduzieren. Oder du darfst das nicht mehr so oft essen. Du bist nämlich drei Kilo zu schwer. Und wenn ich das jetzt so reflektiere, weil ich habe das damals gar nicht so, weißt du, als Kind, wie alt war ich denn da? Vielleicht sechs oder so. Ich habe das so gar nicht wahrgenommen. Aber wenn man so zurückdenkt, natürlich macht das was mit einem. Ich weiß noch, dass ich auch geweint habe, weil ich gesagt habe, ich darf das nicht mehr essen und ich bin zu dick. Das weiß ich noch, weil dieses Thema, ich bin zu dick, das verfolgt mich mein ganzes Leben lang schon. Und das ist auch so eine Sucht. Ja, aber ich glaube, das ist einfach so eine Krankheit aus sogar deinem Jahrgang noch. Also meinem ganz schlimmen. Ja, bei mir war ja auch Kate Moss. Ich sage nicht nur wegen dem. Also bei uns, ich sage mal so, deine Oma kam ja aus der Nachkriegszeit. Oder eher aus der Kriegszeit, meine auch. Und am Krieg hatten die Leute nichts zu essen. Und die waren ja alle Spindeldür. Also ich sage mal, es gab so selten dicke Leute. Okay, und dann kamen halt die Boomjahre, wo es Deutschland richtig gut ging. Und in der 80er konnte ich auf Emu alles kaufen. Und ich meine, unsere Großeltern, die kamen aus einer Zeit. Also meine Oma, wenn die erzählt hat, oder meine Opa. Gut, meine Opa, die hat einen Lebensmittelladen, dem ging es besser. Meine Oma sagt immer, der war verwendet. Aber bei denen war es so, die haben so rippsche Schokolade gekriegt. Und das andere Rippsche hat meine Oma sich in den Nachttisch gelegt. Und hat es so ganz spaßam gegessen, weil es gab denen einfach nichts Süßes. Oder Fleisch. Die können gar nicht Fleisch im Überfluss essen, weil du gabst eher Brotwurst, wenn geschlachtet wurde. Wisch, ist so. Und dann waren die in der 80er auf Emu in der Boomzeit. Und es gab alles. Und dann hatten die natürlich das Bedürfnis nachzuholen. Und wollten natürlich ihre Kinder und Enkelkinder halt alles gäbe, was es gab. Aber was ist passiert, durch die ganzen Konservierungsstoffe, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was die sich im Gardeau gepflanzt haben, haben die Leute Übergewicht gekriegt. Und meine Oma kannte gar nicht Übergewicht. Bis heute hat die mich auch geguckt. Oder mein Opa. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen ein bisschen auf unsere Figur achten. Ich kapiere das nicht, sagt er zu mir. Ihr immer mit eurem Kram. Weil die kennen das gar nicht. Die haben eine andere Stoffwechsel, die haben eine andere Art zu essen. Und in der Generation, und das ging mir genauso, nicht nur mir, auch der Jessie und sonst wem. Nur wenn du spindeldürr warst, warst du dünn. Alles darüber hinaus war dick. Wenn ich mir heute Bilder angucke von meiner Jugend oder meiner Kindheit, ich war dünn. Ich hatte 50 Kilo. Aber ich war zu fett. Ich war immer zu fett, weil ich eine große Oberweite schon früh gekriegt habe. Halt einfach eine Hüfte habe, weil ich einfach eine weibliche Figur habe. Und das war nicht passend. Weil man wollte so eine strichende Landschaft. Und deswegen hast du permanent eingeredet gekriegt, du bist zu dick. Ja, und bei mir durch dieses Tanzen, ich wollte ja auch, ich war ja auch drin. Das war ja mein Traum. Und ich habe ja meinen Traum auch irgendwann mal verwirklicht. Nur ist er jetzt wieder ein bisschen passé gegangen. Aber ist okay. Ich glaube, so eine Phase hat, glaube ich, jeder Künstler. Aber ich weiß noch, meine Chefin hat zu mir gesagt, sie hat auch mal eine Zeit lang aufgehört. Dann hat sie was anderes studiert. Dann hat sie da gearbeitet. Und dann ist aber immer wieder, sie ist wieder zurück zum Tanz. Man weiß es ja nicht. Der Wolf... Mein Chef, der hat ja auch gesagt, er glaubt, also weißt du, so wenn ich rede, er glaubt ja immer noch, dass das irgendwann mal wieder kommt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja. Nee, aber jetzt wird sie wieder zurück. Ja, aber das stimmt. Also das stimmt. Weil ich war immer so, durch das, dass ich schon immer viel Sport gemacht habe, sehr, sehr... Also hier oben breit, ne? Ja. Ich verstehe es. Wenn mich jetzt einer sieht, denkt er, jo, was babbelt die? Aber ich habe halt schon einen Ticken... Also es gibt Frauen in meiner Größe, die sind einfach so ein Zentimeter pro Seite weniger. Und das stimmt. Das ist auch so, weil ich sehe das an den T-Shirts. Wenn ich mir ein T-Shirt in meiner Größe XS kaufe, ist dann der Ärmel hier. Ja. Weißt du so, und hier ist meine Schulter. Also es ist halt einfach so. Und es ist auch in Ordnung, ja? Ist okay. Aber für mich war das immer ein Problem. Jetzt, wo ich, aus welchen Gründen auch immer, also ich sage mal so, ich habe, ich mache halt keinen Sport mehr. Ich habe mein Leben lang nur Sport gemacht. Ich denke, meine Muskulatur ist auch zurückgegangen. Und weil ich gefühlt jetzt im Stress bin, ist es jetzt fett auch raus und sowas, weiß ich. Ich bin aber auch, ich müsste mich mal wieder ein bisschen in Form bringen. Ich bin auch total doddelig an manchen so ein bisschen. Klingt jetzt dumm, ist es aber so. Und jetzt zum Beispiel, jetzt ist es so, jetzt sind alle curvy. Jetzt kann ich mir zum Beispiel auf der Arbeit, habe ich ja auch schon mitgekriegt, ich wäre so dünn, ich bin dann, ich sehe aus wie ein Mann oder wie ein Junge oder wie auch immer. Und das finde ich halt, also weißt du, mein Leben lang, denke ich mir, wurde ich bestraft, habe mich selber bestraft. Ich habe mich gehasst. Ich habe in den Spiegel geguckt. Ich habe gesagt, ich hasse dich, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Weißt du, obwohl ich gern gegessen habe. Ich esse gern. Und ich habe auch genau diese andere Sucht. Ich habe beides irgendwie. Und jetzt werde ich kritisiert, weil ich jetzt dünn bin. Und ich kann nicht, weil ich habe es nicht mal mit Absicht gemacht. Ich habe einfach nur keinen Zucker mehr gegessen oder weniger und hatte halt noch Stress auf der Arbeit. Also wenn ich jetzt Lust habe, ein Kinder-Bueno zu essen, dann esse ich. Aber ich esse nur eins. Und ich esse nicht die ganze Schachtel. Dahingehend maßregle ich mich halt. Aber nicht nur wegen dünner oder so allgemein, wegen dem Zucker, weil es einfach schlecht ist, ja, ob das jetzt für die Zähne ist, ob das Zucker für den Körper ist, scheißegal, weil es einfach nicht gut ist. Und es ist ja auch nicht normal, dass man eine ganze Packung isst. Nee, das ist gar nicht normal. Und du weißt, das soll ja auch halten, ja. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, ich esse eins, wie zum Beispiel meine Tante, die esst zum Beispiel, ne, die ist so alt, die ist auch so boom, ein bisschen, zwischen Boom und Krieg so ein bisschen, ja. Und das Ding ist, die esst zum Beispiel auch ein Lindor, ein rotes Lindor, so diese Kugeln, eine am Tag. Weißt du, weil ich sage, das ist was Besonderes und weil es war für die früher was Besonderes. Ja. Also mein Papa, also das ist eine Schwester von meinem Papa und die ist eine Lindor-Kugel am Tag. Ich finde das irgendwie voll süß. Ja, es ist ja auch so. Ich meine, das ist ja auch, eigentlich zählt es ja auch schon zu Luxusgütern, genauso wie Zigarette, genauso wie Drogen. Das ist Luxus, das ist on top eigentlich. Ich lache immer, also bei uns gab es immer und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an der Kass gibt es auch immer diese Zone mit der Süßigkeit, aber die einzelnen Dinger, ne. Ich wollte auch immer was haben. Ja, meine Oma, die hat immer für meinen Opa geholt und zwar von Lind diese Fioretti, weißt du, die sowieso... Ja, die Nucca, die blaue, die hellblaue. Wir hatten immer die Rohsahne mit Marzipan. Ah, okay. Und dann hat... Meine Oma hat immer so Ernst geholt, ja. Aber... Da war ein Stück drin, glaube ich, gell? Ne, die hat so Ernst wirklich geholt. Also du konntest so Ernst an der Kass warfen. Ah, das war so schlimm. Ja, das gab es ganz, wo das rausgekommen ist, glaube ich, so. Auf jeden Fall, bei uns hat nicht einer dann das Ende gegessen, sondern mein Opa hat es dann aufgeschnitten in Scheibchen. In vier Stücke, ja, genau, deine Scheibe. Ja, sie hat es in Scheibchen geschnitten und dann durfte sich jeder Scheibchen nehmen. Und so war das, ja. Also du hast schon nicht... Ja, aber du hast schon nicht bei uns so ein ganzes Ding, ne. Das wurde dann alles immer so mit Maß und Ziel, ne. Und so bin ich halt auch irgendwo großgewochen. Ich meine, trotzdem, für mich war halt so das Ding schon klar, süß, schon immer mein Thema. Hat aber auch so damit zu tun. Also mir hat man auch gesagt, schon als Kind, du bist so moppelig, mein Gut, ne. Also ich bin auch schon schwer auf die Welt gekommen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wenn du Kinderbilder von mir sehen würdest oder keine Ahnung in der Schule, ich war dünn. Aber damals war es zu dick. Wie du sagst, heute gucke ich die Leute an und denke, boah, die sind aber alle kräftiger geworden. Das sind kaum noch dünne Leute, weil die, ich meine, die sind ja riesig und haben riesige Füße. Die haben sich total verändert. Wenn ich mir überlege, dass mir, ja, also okay, ich habe 45 Kilo, aber dass mir XS in der normalen Frauenabteilung nimmer passt. Vor drei Jahren hatte ich noch M. Das kann doch gar nicht sein. Weißt du was? Also okay, natürlich habe ich auch abgenommen, alles gut. Aber ich meine nur, wie krass haben sich die Größen auch verändert. Genauso, das habe ich auch gemerkt. Früher, ich lüge euch nett an. Superstar, Adidas, Superstar. Den Schuh hat, glaube ich, jeder gehabt. Du in der 80er, ich in der 2000er oder du in der 90er, ich in der 2000er, ja. Weil der Schuh kommt ja gefühlt jedes Jahr wieder hoch. Der kam ja durch die Kylie Jenner da 2015 oder so oder irgendwie 2016 oder so normal. Ja, ja, stimmt. Da hatte ich ihn auch noch mal. So, und der Witz ist, Achtung, deswegen kann ich das da. Ich hatte damals, da war ich 14. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht rechnen, aber egal. Ich weiß nicht, was war, ja, das war. Aber, da hatte ich den Superstar, weil das von unserer Crew vom Tanzen der Schuh war, wenn wir auf Meisterschaften gegangen sind, dass wir alles gleiche auch hatten. Ja. Da hatte ich 37, ein Drittel. Ja. Jetzt, vor vier Jahren, fünf, hatte ich den Schuh Aschumo oder noch einmal, weil der, wie gesagt, noch mal modern war. So war 35 zu groß. Dann hätte ich, dann habe ich mir dann halt den 35, nee, ein 35 Drittel war das dann, habe ich ihn halt genommen. Der war mir aber zu groß. Ich habe ihn dann schlussendlich an Schülerinnen weiterverkauft, weil die den habe wollte dann halt, ja. Und mir war er halt einfach zu groß, weil ich hätte dann aber, müssen wir noch eine Nummer kleiner nehmen. Dann wäre ich aber mittlerweile bei Adidas dann bei Klettverschluss. Oh. Ich schlafe bestimmt nicht mit Klettverschluss. Also damals war ich 5, 26 oder so. Ja, das stimmt. Und das sage ich schon, wenn du das überlegst, das läuft halt alles mit. Und deswegen, also ich weiß nicht, und ich kann nur noch was da, im Bekanntenkreis habe ich auch jemanden und das finde ich so traurig. Oder auch, kann auch von meinem Onkel erzählen, bleib mal einfach bei mir, dann muss ich, falls das derjenige sieht. Muss ich mich doch jetzt zum Beispiel nicht rechtfertigen oder so. Ja. Mein Onkel zum Beispiel, der hat auch Fettsucht gehabt. Ja. Das war mir damals gar nicht so bekannt. Jetzt kommt es so ein bisschen ins Rolle. Der hat einfach die Fresssucht. Der hat heimlich sogar gegessen, weil er sich geschämt hat. Der hat die Chips heimlich gefressen. Ja. Und ich kenne das von mir, ich habe das auch, manche Momente. Du verstecke ich mich und esse es heimlich so, weil ich mich schäme, weil ich auch so, es hat ja heutzutage alles ein Name. Ja, weil früher, mir sind auch so groß geworden, dass man dann wirklich gesagt hat, wenn Leute kräftiger waren, und ich sage bewusst kräftiger waren, die Leute waren nicht dick. Was man heute... Im Vergleich zu heute, was man bitte eigentlich nicht versteht. Ja, heute ist, glaube ich, schon Standard, dass die Leute 130, 140, 150, 160 Kilo oder so vielleicht haben. Ja, also nicht Standard, aber das ist nichts mehr Außergewöhnliches. Es ist halt so. Verstehe ich schon? Ich meine, die machen ja... Nur war es außergewöhnlich, wenn jemand 150 Kilo hat. Ja. War komisch. Die machen ja diese Fettshaming-Bilder, du ach, überall nackig und so. Um Gottes Wille. Mir ist auch egal. Jeder muss für sich wissen. Für mich stellt sich immer nur die Frage, ist es noch gesund, ne? Also ich meine, was anderes. Ja, genau. Gar nicht wegen schön oder hässlich. Nee, um Gottes Wille. Jeder, wie er will. Aber das Ding ist einfach, ich denke mir, früher war es so, da hat dann jemand gesessen, keine Ahnung, der hat vielleicht fünf Kilo mehr, und er hat schon gehessen, Ajo, und du musst noch einen Hamburger essen. Weißt du, so. Halt noch so richtig asozial mit dem Pelzer Gusch, ja. So war das aber halt einfach, ja. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch heute noch so. Aber deswegen kommt es auch, dass man sich schämt. Ich habe mich auch geschämt zu essen, weil ich mein Leben lang gesagt gekriegt habe, ich bin zu dick, und ich habe mich auch geschämt, draußen zu essen, oder überhaupt was zu essen, oder sonst was. Ich meine nicht, dass ich mich jetzt versteckt hätte. Ich habe manchmal immer, ich habe manchmal immer noch, ja, ich habe manchmal immer noch das Gefühl, dass ich mich schäme, wenn ich was esse von meinen Kollegen, wie ich aussehe, wie ich wirke, esse ich zu viel, esse ich zu wenig. Also gut, bei mir ist zu wenig, das sagen die mir auch immer rechts und links. Also, mein Della ist auch nie leer. Aber zum Beispiel, früher war ich so ein Mädchen, ich habe halt einfach gern gegessen. Und ja, vielleicht hatte ich danach drei, vier Kilo zu viel. Aber, wer sagt zu viel? Also das ist ja nochmal, wer sagt es? Ja, also wie gesagt, und wenn ich jetzt heute gehe, also wie gesagt, jetzt reden alle, ich bin zu dünn. Also, können wir uns mal entscheiden? So auf die Art. Oder lass mich doch einfach so, wie ich bin. Weil der Witz ist so, wie ich jetzt gerade aussehe. Nicht, dass ich mich optisch wohlfühle, weil klar, ich habe jetzt halt kein Po mehr und nehme viel Brust, aber ich sage mal so, vom Laf auf meine Bäh, fühle ich mich einfach besser, wie die 30 Kilo, die ich vorher hatte. Ich fühle mich einfach leichter. Es ist einfach so. Ja, Und ich sage mal so, jetzt muss ich aufpassen, wenn es jetzt noch, wenn ich ja, wird es langsam ein bisschen blöd. Ja, weil wenn ich dann immer krank bin, hängt man halt gleich so, wie so ein Schäfeselbe, aber du musst mal aufpassen. Aber ich sage mal so, wenn ich mich doch wohlfühle, was laberst du mich überhaupt von der Seite auf? Aber das ist das, was Jogesha und Tobias Beckermann hat, das sind immer die gleichen Leute. Das sind die gleichen Leute, die dir sagen würden, du bist zu fett, wenn du jetzt mehr wie gewürzt. Und das sind die gleichen Leute, die dir halt sagen, die halt über dich lachen, weil, keine Ahnung, er hat dir gesagt, weil du halt ein normales Business auf eine Bäckerei aufmachst oder ob du jetzt ein Network machst, die Leute, Achtung, so für was zu tun. Kann ich dir noch, noch so eine Anekdote, vor drei Jahren, als ich in meine Firma, also in diese Firma gekommen bin. Ich bin in einer IT-Firma. Null Ahnung, hier den Laptop benutzt und dann auch den Laptop nur mit Finger, Maus konnte ich gar nicht so, habe ich gehasst, weil ich war ein Laptop-Mensch. Okay. Weil ich bin zu der Zeit da groß geworden, wie ich so 10, 11, 12 war, war das moderne Laptop zu haben. Also ich hatte nie großartig einen Rechner, so wie andere, so ein Tower-Do. Meine Mutter hatte es, aber ich selber nicht. Ich hatte schon immer einen Laptop. Okay. Dann hatte ich jetzt eine Maus, weil die dann irgendwann mal zu mir gesagt hat, sag mir mal, du musst mit der Maus arbeiten, hör mal auf, du mit deinen Fingern. So, okay, dann habe ich die Maus genommen. Super langsam Eugestellt, weil für mich war ja die Maus so fremd. Okay. Heute ist die Maus bei mir auf Vollspeed. Egal wer von deiner IT-Laptop, egal welche Position, ob Hoch, Klär, Großwischer, so auf die Art, dann kommen die, sag mal, deine Maus, die ist total hypersensibel. Warum ist denn das so schnell eingestellt? Ich so, ganz ehrlich, vor drei Uhr hat mich jeder noch belächelt, weil die Maus so langsam ist. Jetzt ist sie euch zu schnell. Was jetzt? Ja. Und das wird immer so sein und da wird sich auch nichts dran ändern. Nee, es ist so, da wird sich auch nichts dran ändern. Und das Ding ist, was ich halt immer sage, niemand läuft in der Schuhe von jemand anders. Und meistens sind es die Leute, die selber die größten Probleme haben und Süchte vielleicht auch, die mit dem Finger auf andere Leute zeigen, wegen anderer Süchte. Und für mich persönlich, ich meine, da können wir ja auch mal einen Podcast drüber machen, über das Thema Essen, weil Essen hat für mich viel mit der Psyche zu tun. und ich persönlich sage, dass 90 Prozent aller Menschen eine Essstörung haben. Der eine isst viel, der andere isst zu wenig, aber es kommt vieles von der Psyche. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, speichert meinen Körper, egal ob ich viel esse oder nicht. Das ist wie so ein Schutzwall, der sich aufbaut. Aber ich sage halt auch immer, du weißt nie, welche Krankheit vielleicht auch jemand hat. Weil ich kenne viele Menschen bei mir auch, bei mir ist es ja auch durch Medikamente. Und es gibt aber auch Leute, die sind sehr dünn, weil sie krank sind. Die können gar nichts so dafür. Und es gibt Leute, ach, die sind dick und können nichts dafür, weil sie Cortison nehmen müssen, Antibiotika, weil sie voller Chemotherapie im schlimmsten Fall sind. Also es gibt so Sachen. Deswegen sollte jeder einfach vor seine eigene Haustür kehren und sich aber selber mal über seine eigenen Süchte halt bewusst werden. Weil ich bin der Meinung, es hat jeder irgendwo sucht. Egal, ob jetzt, wie gesagt, eine Fresssucht, manche haben eine Zockerspielsucht, gibt es ja auch. Oder was man ja auch schon hat, eine Shoppingsucht, einkaufsüchtig. Es gibt Kleptomane, die klauen. Also weißt du, es gibt so viele Sachen. Ja, aber ich finde halt so schade, dass diese Fettsucht zum Beispiel oder diese Fresssucht nicht als Sucht angezeichnet wird oder angenommen wird. weil ich kenne halt Leute. Mittlerweile? Ich weiß es nicht. Nein, das habe ich dir erzählt. Nein, kriegt keinen Therapieplatz. Es ist keine Sucht. Aber ich meine, es gibt doch jetzt die ganze... Laut Ärzte keine. Aber es gibt doch diese viele OPs jetzt. Weißt du, diese Mager-OP-Geschichte kriegt doch jetzt sowieso... Ja, das kriegt der jetzt auch. Aber ja, der kriegt die OP. Aber der kriegt die Therapie nicht dazu. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Also ich weiß, also das ist auch eine kranke Geschichte. Also ich weiß, dass du gewisses Gewicht haben musst, dass du es überhaupt bezahlt kriegst. Also ich kenne Leute, die haben sich das Ohr gefressen, dass sie die OP bezahlt kriegen. Aber ich weiß auch, du musst ein Jahr in Therapie gewesen sein. Also du musst ein Jahr bei einem Ernährungsberater gewesen sein und in so einer... Ich weiß halt nicht, ob das jetzt... Nee, da hängt es nochmal was... Bei dem ist nochmal was anderes wegen Diabetes und so. Du isst es jetzt so kurz vornackig. Okay. Also ich weiß, dass halt die Leute... Da geht es ja auch um ein anderes Gewicht, glaube ich, wie die, die du kennst. Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass, wie gesagt, die dann in der Therapie waren, Joa, bei meinem Ernährungsberater und wenn das als gescheitert erklärt wird, kriegst du quasi diese OP genehmigt. Wobei, ne, um Gottes Wille sei jedem gegönnt, jeder muss es für sich wissen, aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen, weil diese OPs können einige Nebenwirkungen mit sich bringen. Und das Ding ist, ich sage halt immer, man muss halt auch die Psyche bearbeiten, weil ohne, dass du das machst und änderst dein Verhalten nicht, wird es ja auch kein dauerhafter Erfolg sein. Weißt du? Du musst ja komplett dich ändern, also eigentlich dein komplettes Essverhalten ändern. Dein Trinkverhalten darfst du ja eigentlich keine Kohlesäure trinken, kein Alkohol mehr. Weißt du, also du sollst viel Eiweiß essen, ne, und, ähm, ja, ist auch nicht so, also Arne ist auch mit Vorsicht zu, ja, zu genießen, sag ich mal, dieses ganze Thema, aber, wie du sagst, also es ist wirklich so, dass, ähm, wie du sagst, ne, dass manche Therapie einfacher wären, aber die werden dann nicht genehmigt. Ja. Ja, also, wie gesagt, also ich weiß nicht, also, ja, mit diesem Zuckerfett und dass das alles in unsere Lebensmittel ist, dass das sogar in einem Burger-Pattie, roh, also in einem roh, ne, ich rede jetzt von rohem Fleisch, drin ist, finde ich halt, ja, was soll ich sagen? Halt dich mal, ich hab letztens Kohlrabi gekauft, ne, und hab Kohlräbscher gemacht, wie man das für meinen Opa, ne, meine Oma hat immer Kohlräbscher mit so einer weißen Soße gemacht, ja, ja, ich hab das dann aber halt mit, anstatt mit Sahne, hab ich es mit Soja Cuisine gemacht, geht ja auch wunderbar, das schmeckt auch super, ne, aber mein, ja, aber mein Opa, der macht halt, der esst halt, also früher, wenn man, hat er immer die Kohlrabi dann roh gegessen, ne, also meine Oma hat es sich so gemacht, wie sie es immer gemacht hat, schärlappelig gekocht, die wollen alles so weg, ja, lappelig, ich auch, und der Dommer will es auch so lappelig, und ich hab aber für ihn ein paar roh gelassen, weil ich wusste jetzt nicht genau, kann er jetzt oder nicht, hab ein paar roh gelassen und die andere hab ich halt normal gemacht, auf jeden Fall hab ich die aber roh auch gegessen, schau dich mal, das hat ja so süß geschmeckt, ich hab zum Dommer gesagt, das ist nicht normal, wieso schmeckt dann das so süß, aber es kann eigentlich gar nicht sein, das war frische Kohlrabi aus der Gemüseabteilung, aber das hat geschmeckt, als hätte ich den Zucker rieb, also, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, keine Ahnung, ich kenn mich so damit nicht aus, mit Pflanzen anbauen und keine Ahnung, aber irgendwie war mir der Suspekt, warum jetzt ein Kohlrabi sogar so süß ist, ein Kohlrabi, weißt du, also komisch, ne? Ja, ist doch eigentlich so, ja, Kohl hat doch einen eigenen Geschmack, ja, die war richtig, vielleicht spinne ich auch, weil ich jetzt halt gerade aus dem Klineunen aus allem komme und dann für mich Ah ja, weißt du, wieso genau, ich wollte das gerade gerne, doch, weil der Angelo hat letztens zu mir gesagt, wir machen immer so zwei Spritzer, zwei oder drei Spritzer von dem Sirup in eine große, also 0,5, ne? Und er macht jetzt nur noch N-Spritze oder sowas, nein, da hab ich gesagt, aber mir machst du nicht so, denn es so, gell? Weil, also, ja, aber ich hab dann heute zu mir gesagt, hä, aber du machst voll viel, und dann hab ich gesagt, nein, ich mach es die ganze Zeit schon gleich, aber dann ist mir nämlich eugefall, der hat ja auch gecleant, ja, dann hab ich gesagt, nee, du bist gecleant, hab ich gesagt, deswegen kannst du, erträgst du das Süße jetzt gar nicht so, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Weil ich mein, ja, ach, wenn es Süßstoff ist, also, vielleicht zwei, ja, doch drei. Ja, du, das macht einen Unterschied, ne? Wenn man du grad wirklich aus dem, ja, ja, das hab ich auch, ja, dann schmeckst du mir alles, äh, vielleicht, hat es auch Dothra gelegen, aber es war für mich total komisch, hab ich so gedacht, oh, okay, war echt seltsam, aber ja, das ist aber halt so Sache, wo ich mir sag, weißt du, auf der Ende Seite ist es okay, Alkohol zu trinken, obwohl man weiß, wie viel Schäde das im Körper antut, ne? Mal ist es okay, so viel Zucker in alle Lebensmittel zu haben, auf der Ende Seite schreit man, jo, die deutsche Bevölkerung wird immer fetter und die Fettsucht, weißt ich nicht was, aber guck dir halt einfach nur die Lebensmittel an, die wir halt haben, und ich mein, ganz ehrlich, es wird ja immer schlimmer, anstatt besser. Also, ich mein, du musst überlegen, klar, die Lebensmittelpreise sind einfach gestiegen, aber im Endeffekt wirklich, Gemo-Fleche-Ei-Kafer oder Gemo-Gemüse-Ei-Kafer, das ist jo so teuer alles gebrochen und auf der anderen Seite hast du dann die 1-Euro-Werbung, wo dann das Fastfood und die Fertiggerichte für 1-Euro in die Werbung rausgeschleudert werden. Ich mein, es jo klar, dass die Leute dann immer dicker werden, weil zum Teil können sie es sich auch einfach nehmen, die leichte Gesundheit. Und es sind ja Geschmacksverstärker und alles drin, das ist ja auch wieder so ein Suchtfaktor, weil es ist jo wie bei einem Chip, also so Chips, die haben das jo A und es gibt Leute, also ich zum Beispiel, esse halbe Packung und gut ist, es gibt aber Leute, die müssen die ganze Packung an einem Tag essen. Ist ja auch in Ordnung um Gottes Wille. Aber ich bin, es gibt zwei Arte von Chips-Esser, einer, der die komplett esse und einer, der aufhören kann. Ja, das stimmt. Und so ist das mit dem normalen Esser A und das ist wahrscheinlich, das sind Leute, die triggert das, dieses Esse und so und ich verstehe es, ach, ich bin ganz ehrlich, ich sehe es jo selber, ich verstehe, wenn die Leute keine Zeit haben, für sich Essen zu kochen. Ajo. Ich kann es absolut noch vollziehen. Also wenn ich mir überlege, ganz ehrlich, bei uns früher, sorry, du gabst dann also saure Nieren-Scher oder sowas mit Reis, ganz ehrlich, stell dich mal hier und mach mal saure Nieren-Scher. Hier musst du eine Wäsche ohne Ende. Ich habe eine Wäsche ohne Ende. Vor allem Niere muss man so viel, du musst die Niere so viel wäsche, dass der Urin rausgeht. Ah ja, Herr Hofmann. Ja, das ist aber so. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich still nicht aus, es gab es ja jetzt schon bestimmt, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Oma ist jetzt sechs oder acht Jahre tot, seitdem habe ich das auch in Miges, also vorher schon in Miges, ich sah ja nur, aber, ja, oder ein Rollbruder oder sowas, machen die Omas ja auch, und solch ein Rollbruder, mache ich, ich glaube, Fakt. Ja, stimmt. Aber ich meine, es ist ja wirklich mit allem so, ne, zum Beispiel, ich sage, Doma, der zockt du halt gern und der heavy you are, der Angelo zockt du auch, ne, und ich meine, Ach, aber der Angelo, der zockt du mal ein Game oder zwei, das sind immer so sechs Minuten FIFA-Games und Schluss. Ja, ich sage immer, am besten bei mir ist, ich fange echt gar nicht an, weil ich habe echt so eine Tendenz, ich bin schlimmer, wie die alle zusammen, ich kann ja nicht mehr aufhören. Ich muss dann, ich voll, ich muss dann do, also ich meine, also doch, vergleiche ich, bei mir sind so blöde Handyspiele dann, ja. Ach so, ja, das oder, ich weiß, ich halt, du, wir haben doch jetzt diese Switch. Ja. Ja, haben wir doch abgekauft, ne, so, auf jeden Fall, und dann haben wir do so, dieses Mario Party oder so, oder so, da heißt das. Ja. Auf jeden Fall, aber das ist wie so ein Monopoly-Spiel, du spielst ja noch auf so einem Spiel. Okay. Und dann zwischendrin kommen halt so Games und so Herausforderungen und so, und das, der Angelo will immer nur, was weiß ich, 15 Runde oder so sind dann 45 Minuten und ich würde es am liebsten so 20, 30 Runde, weil ich lieb das halt, wenn es wische, dann ist es so unentschieden zwischendrin, dann geht es wieder hoch, also do könnte ich dann ewig spielen, auch noch nachts, weil manchmal machen wir das am Wochenende oder so, aber der Angelo will da nicht so lange, also der ist gar nicht so, der Zocker, ja, der hat muss also als 2 Uhr so, wo er dann mal R2 Games zockt, aber es geht noch, aber ich war mit Leuten zusammen, die wirklich, da hab ich, also mir hat eine größte Streit, ich hab da schon das WLAN-Kabel gezogen, da konnte ich auch so gefühlt, also es war natürlich nicht so, aber innerlich, glaube ich, hätte er mir am liebsten ja nicht geschossen. Glaube ich. Der ist ausgerastet, der hat gesagt, hast du die noch alle oder was? Weil es war so Online-Game und die waren mitten im Spiel und ich hab dann einfach, der hat mich nicht beachtet und ich hab dann einfach keinen Nerv mehr gehabt und dann hab ich den WLAN-Stecker gezogen. Oh, ich glaub, der würde da mal ach mehr als ausraste. Gott, ich glaub, ich glaub, es war wirklich so haarscharf an der Backfall vorbei. Das glaub ich. Also ich glaub, der muss sich in dem Moment wirklich behält. Nein, aber Jenny, ich hab doch kein Worte mehr, weil, nee, das kann ich an der Knochen vollziehen, das ist so ein Sinn, sinnloser Scheiß. Nee, was heißt Sinn? Nee, Quatsch, ich will dir nicht so sinnlos. Wenn sie durch ihr Spaß draufhören, ja. Aber ich find halt, es ist immer irgendwo, sobald, für mich ist es immer blöd, egal ob das jetzt Saufen, Kiffe, Zocke, was weiß ich, was es alles noch gibt, sobald der Recht von deinem Leben beeinträchtigt wird, fangts auch kriminell zu, in meiner Art. Ja, das stimmt, du hast recht. Ich bin zum Beispiel ein Kiffer, nur mal Beispiel, wenn ich jetzt ein Kiffer bin und ich gehe ganz normal auf mein Avid, schaff mein Avid, bin du jetzt vielleicht jetzt einer der Beste, um Gottes Wille, aber ich bin, ich mach schaff meine Sache. Ja. Hab vielleicht einmal zwei Fehler oder was weiß ich, je nachdem, ich meine, es ist menschlich, ja. Ja. und hab mein Leben ansonsten noch im Griff, finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn ich da jetzt aber anfange, dann jeden Montag krank, weil ich dann Sonntagnacht ein bisschen die Puppe gesoffen oder gekifft oder gezockt habe oder sonst irgendwas. Ich finde, da fangts dann auch schwierig zu werden, weil dann hast du dein Leben nicht mehr im Griff, egal was versucht es ist. Ja. Egal, ob man jetzt über Drogen zocken, gut, bei Schoppen ist das jetzt schon, du gehst, du musst schoffen gehst, sonst kann ich schon nämlich auch. Ja, ja gut, beim Zocken jo auch, äh, bei Zocken Kiffers, weil ich meine, du brauchst ja auch Geld für die Sache zu kaufen dann, aber will ich was, ich meine, so fangts schon, oh, wenn ich mein Leben nicht mehr im Griff habe, mich nicht mehr in die Wäsche gehe und so zeige, so fangts dann bei den Wäsche dann, oh. Ja gut, beim Drogen konsumieren ist es meistens so, dass die dann nämlich auf die Erbe gehen dann irgendwann. Ja, das finde ich dann halt, so wird es dann vielleicht langsam schwierig, ne. Wenn aber jemand sei, ich muss das jetzt wie einer, ja so einer, wo Epilepsie hat und braucht es und geht aber ganz normal auf seine Arbeit und macht seine Tätigkeit oder seine Sachen und hat in seinem Leben ganz normal Spaß, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja, wie gesagt, alles egal was mit Maß und Ziel, also wirklich. Ja, und jeder muss ja seinen Körper kennen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann jeden da saufen und mache meine Zeit noch und ich bin dann noch zu jedem jetzt wie hier, zu dir ganz normal klar und spreche normal und bin fit. Ja. Finde ich kann, jeder mache was er soll. Das andere, ich meine, die können sich von mir aus ach, tot saufen, ist mir auch scheißegal, weil es ist ja die und nicht ich. Ja. Aber ich finde halt immer, ja, dass ich mir Leute dann helfe, weil du merkst man dann, du fangst ja dann, wie du schon vorhin auch gedeutet hast, das hat ja dann einen anderen Hintergrund, das ist ja dann eine Fluchtreaktion. Ja. Mit der Psyche. Ja, genau. Das ist halt die Flucht vom eigenen Leben, aber ich finde halt auch, lebe und lebe lasse und alles mit Maß und Ziel, das ist ja auch richtig. Ich will ja auch nicht sagen, wie gesagt, ich trinke auch immer mein Ginger Ale, um Gottes Wille, dass ich jetzt sage, oh nee, geht gar nicht. Oder wie gesagt, klar, ich trinke jetzt halt schon Jahre, keine Ahnung, vier Jahre, kein Alkohol mehr, aber ich will ja nicht sagen, ich werde nie wieder Alkohol trinken. Wenn das vielleicht gesundheitlich geklärt ist, dann sage ich vielleicht, ach, ich trinke nur ein Klee-Wei. Ja, vielleicht. Bedarf, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich nicht genug. Also ich hatte jetzt noch nicht immer das Gefühl, ich will jetzt unbedingt, keine Ahnung, dann habe ich eher das Gefühl, ich will jetzt nur ein Ginger Ale trinken. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ja. Aber wie gesagt, mit Maß und Ziel ist alles okay, aber muss ich halt einfach nur Gedanken drüber machen, warum bestimmte Dinge verherrlicht werden, also total gesellschaftlich okay sind und andere Dinge total tabu und verpönt werden, weil es ja total ungesund ist, weißt du, so Zigarette oder was weiß ich zu Rache ist total ungesund, aber weißt du. Ja, aber ich sage mal so, Zigarette war zeitlang ja ganz normal, ne, und es ist ja auch legal, aber ich sage mal so, wie gesagt, das ist immer wieder bei Käfer, weil ich meine, du musst jetzt nicht rachen, du kannst das ja, ich glaube, da gibt es doch in Amsterdam, ich war noch nie in Amsterdam, also doch, ich war schon, aber ich habe das nicht gemacht, weil da war ich noch zu jung, auf jeden Fall, aber ich weiß, so gibt es ja Kekse und so Sachen oder Brownies und so, dann ist es ja gar nicht so schädlich, weil du hast ja dann den Schadstoff von einem Nikotin und ich denke, wenn jemand, der kifft, abhängig ist, dann ist der, glaube ich, nicht abhängig von dem Hai, sondern der ist dann abhängig von dieser Zigarette, von diesem, mh. Körperlich gesehen, auf jeden Fall. Körperlich, genau, körperlich, körperlich, also um Gottes Wille, ich denke, ich sage mal so, wie es ist, ich denke, du kannst dich durch dieses Hai-Gefühl, wenn das dann irgendwann übermaß nimmt, dass du dich super schön, toll fühlst und alles ist, dir egal, glaube ich, kannst du dir von A, von dieser Betäubung abhängig werden, weil ich meine, es gibt ja Achtung, die nehmen Ibuprofen und betäuben sich durch. Oder absüchtig werden oder Nasenspray. Nasenspray oder dann, die sind, die nehmen viel Schluftablette, weil sie einfach nur noch Schlufe wollen, es ist genau dasselbe, nur in eine andere Richtung. Ja, ja, absolut. Aber das Ding ist halt, das finde ich persönlich, zurückzuführen in die große Bubble, wenn du jetzt lauter, wenn du jetzt so Mindmap hättest, wo du dann alles, wie ich es so, Kiffe, das, 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 würde ich sagen, ist das alles in der Bubble Mindset oder halt so, ja, deine Psyche halt. Ja, Psyche, absolut. gut. Ja, deswegen, ich will nur sagen, es gibt verschiedene Süchte und man soll halt immer aufpassen, was wird so verherrlicht, was ist okay und was ist gesellschaftlich okay und was ist nicht gesellschaftlich okay. Ganz ehrlich, egal welche Suche, es ist nicht okay. Und es ist schon gar nicht okay, dass manche Sachen so verharmlost werden, die verdammt gefährlich sind, ja, und dass andere Dinge total verpönt werden, obwohl, wie gesagt, ja, es ist jedem sei Sach, ne, also das, das ist einfach so, finde ich. Also ich denke mir halt nur, weißt du, auf der einen Seite, es gibt Leute, die saufen sich tot, das ist okay. Ja. Aber wenn ich jetzt, also erstens mal vom Kiffe, kann man nicht sterben. Nee. Es gibt keine Überdosis an Kiffe, das Einzige, was dann passiert, du penchst halt wahrscheinlich euch, bin ich dann halt weg, schluchst halt Stunden, zwei Länge. Aber das war's. Also ich denke mir dann halt, wo ist die, wo ist so die Relation? Also nicht, dass ich für irgendwelche Droge stehe. Ich sage nur, es ist, ja, es soll halt jeder das machen, was er denkt, was für ihn richtig ist, allgemein, weißt du, so, aber, ja, wie du sagst, eine sagt was so, und die andere sagt halt so, das finde ich halt arschhart. Und man muss sich immer Gedanken drüber machen, dass die Sachen, die so okay sind, viel gefährlicher sind, wie die Sachen, die nicht okay sind, weil jemand, der, sag ich mal, jetzt wirklich kifft, der wird nicht mit seinem Johnny über die Strohslafe, wenn er noch bei Sinne ist, morgens um acht, ne, weil der könnte auch gesprochen wäre, aber im Endeffekt mit einem Snickers oder mit der Flasche Bier sagt keiner was. Weißt du, und das ist die Gefahr, weil es ist halt okay, es ist halt okay, ich kenne auch Leute, wenn die rachen, sind die viel besser. Also, also von der Art her, erträglicher, ich kenne Leute, nee, also nicht von der Art, einfach, die sind auch trotzdem aktiv, die können das. Ja, stimmt. Also gerade so Menschen, die hyperaktiv sind oder so. Ach so, ja. Nee, aber ja, oder überhaupt, also ich kenne das zum Beispiel, wenn Leute halt hier sind, ist jo klar, so einer, wo ADHS hat oder so, der ist jo hier, wenn hier das Normallevel ist. Ja. Wenn der dann was kifft, ist der jo auf null. Ja. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel kiffe, ich bin dann vielleicht down. Ja, stimmt, du hast recht, ich verstehe was du mensch. Aber der kommt hier erst mal auf null. Ja, stimmt. Das ist für den erst mal eine Beruhigung. Das ist für den, wie wenn du eine normale Zigarette rachst. Das holt dich von oben wieder eine Ohne. Ja, stimmt. Und deswegen, ich würde da manchmal gar nicht so urteilen, oder zum Beispiel auch mit dem Dick, kann ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe immer bei McDonalds gearbeitet und ich hatte eine Kollegin, da kam ein ganz dicker Mann rein, der hat natürlich auch sich mehr bestellt, wie jetzt wenn ich mir, also er hat jetzt nicht nur ein Menü bestellt, ja. Aber das Ding ist, es tut mir dann immer so leid, weil da bin ich wieder zwischen deine zwei Stühle. Also ich bin selber, war ich schon pummeliger, ich weiß nicht, ich bin selber jetzt dünn. Ich will, ich will esse, ich will aber auch dünn sein. Also ich bin hier in dieser Bubble, du ein, beide Bubbles irgendwie drin. Ich habe auch schon probiert zu kotzen, also ich glaube, wie gesagt, ich bin immer mit einem Finger in der Magersucht, glaube ich, vom Kopf, ja. Ja. Also ich habe auch schon probiert, ich kann es nur nicht. Früher habe ich es schon probiert, jetzt sind wir so lange drüber hinaus, würde es jetzt nicht mehr machen, aber früher mit 16, 17, wo du alle, wo ich dann in meine Ausbildung gehe, wollte und wollte Tänzerin wäre, auf jeden Fall. Und das hat mir so lebt getan, weil der hat sich dann auf so einer Bank gehockt, da hat die gesagt, ja und dann, warum, jetzt muss der auch noch Burger fressen. Und da denke ich mir halt, ich war halt selber schon pummelig, ich war pummelig, nicht dick, pummelig. Und denke mir halt so, ich weiß, wie die Leute früher über mich geredet haben, oder wenn man das so mitgekriegt hat, und ich denke mir dann, weil du bist so, ich habe mich immer strikt gehalten, aber du gehst dir dann auch mal aus. Ja. Ja und wenn du mit Freunden dann weg bist oder jetzt, gut der Mann, vielleicht war das bei dem doch gar nicht so, vielleicht war das auch einer, wo jetzt einfach jeden da Scheiße gegessen hat. Aber ich denke mir halt, wieso sagst du sowas? Du weißt doch gar nicht, was mit ihm ist. Und vielleicht haltet er sich ja an die Diät und hat sich jetzt heute mal nur mal halb Jahre vielleicht was gegönnt. Weißt du doch gar nicht. Und es ist auch nur ein Mensch. Und so wie ich als dünne Person Lust auf eine Pizza, auf einen Burger, auf eine Pommes habe, auf ein McSunday, auf ein McFlurry, so hat es jeder andere Mensch auch. Ah jo. Und nur weil ich dünn bin, werde ich jetzt nicht verurteilt. Also ich, meine Leute auf der Arbeit sagen immer zu mir, ja ess doch deinen Teller mal. Warum isst du immer so wenig? Ja komm, du kannst noch was essen. Nee, Schalli mal komm, ess du noch. Ich will aber nicht so viel essen. Also weißt du, mich kommt, also mich drücken die manchmal. Ich möchte jetzt aber nichts essen. Und ich will jetzt auch nicht der fünfte Keks, zwei lang mir. Weißt du, also so, also die mähnst du nur gut, ja. Bei mir kommt es in die andere Richtung. Bei mir reden die, ich soll essen. Ja, jo, klar. Ja, aber ja, es ist einfach so. Voll krass und es verletzt mich einfach, weil wie du sagst und das Schlimme ist, genau diese Person war immer dünn und jetzt ist sie auch, sie ist nicht dick, sie ist aber auch hummelig der Woche und so ein bisschen speckig am Gesicht, aber nicht dick oder so. Einfach nur so, ich sag mal, fünf, sechs Kilometer oder lass halt Zähne sein. Und da denke ich mir so, Karma kommt. Ja, und bei meiner Mutter war es auch so, die wurde früher immer fertig gemacht, weil sie, die hat ja so Sanduhrfigur, ja, meine Mutter, die ist ja wirklich so, weiss beteiligt und dann hat sie aber so einen dicke Po halt. Die hat auch Lipodem neben an der Po-Seite und so. Also ist es noch mal dicker wie vielleicht eh wer, ja. Und das Ding ist, die wurde immer fertig gemacht, auch von meinen, von den Schwestern, von meinem Vater und so, ah, die klär dick und so, bisschen so halt. Und der Witz ist, die, 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 über meine Mutter so geschollte haben, meine Mutter ist jetzt schlank und die sind so dick, dass sie überall aus den Näht platzen, so optisch, ja. Also wirklich nicht schä, sag ich mal. Und was heißt schä? Es geht, wie du sagst, auch um das Unheitliche, weil du siehst, dass das so ein Krankheit, aus Krankheit so fett ist. Ja, ja. Und schlimm, ja, weil eigentlich, wenn du zunehmst, verteilt sich sie auch, wenn du glücklich hast, ne. Genau, und das siehst du das halt und das ist halt, ah, meine Mutter hat auch gesagt, Hammer kommt, traurig, aber war, ist halt so, die wurde immer fertig gemacht, ich auch. Das ist immer das, was ich sage, man muss immer drüber Not denken, erstens Karma kommt und im Endeffekt, wir kommen immer wieder auf dasselbe Punkt, wenn jeder vor seiner eigenen Haustürkehre würde und sich um seine eigene Probleme kümmern würde, um seine eigene Süchte, dann wäre die Welt ein Stück weit besser vielleicht, ja. Und die Leute vor allem wären mit sich selber zufriedener, weil warum machen die das über andere Rette, weil sie mit sich selber unzufrieden sind. Weil wenn du mit dir zufrieden bist, brauchst du nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, weißt du, was ich meine? Ja, oder weil einem langweilig ist. Ich sehe es ja bei mir zum Beispiel, ich habe gar keine Zeit zum Beispiel, so viel dumm zu schwallen irgendwie durch die Gegend auf der Erwitt oder so. Andere zum Beispiel können das. Ja, stimmt. Ja, ich denke, das war doch ein guter Abschluss, oder? Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, es war wieder wunderbar, war wieder schön, Frau Cessner. Immer wieder. Und ja, dann sehen und hören wir uns nächste Woche an selber Stelle. Mach's, Judy. Mach's, Judy. Da,